Johann Wolfgang von Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre Roman Gelesen von Karl-Heinz Skabor Erstes Buch, erstes Kapitel Das Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einige Male ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele als junger Offizier gekleidet das Publikum entzückte, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusetzen hatte. Diesmal sollte sie mit einem Paket überrascht werden, das Norberg, ein junger, reicher Kaufmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, dass er auch in der Entfernung seiner Geliebten gedenke. Barbara war als alte Dienerin, vertraute Ratgeberin, Unterhändlerin und Haushälterin, in Besitz des Rechtes die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Neugierde umso weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Paket ein feines Stück Nesseltuch und die neuesten Bänder für Marianen, für sich aber ein Stück Karton, Halstücher und ein Rollchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norbergs. Wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im Besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hoffen und erwarten müsse. Das Nesseltuch, durch die Farbe der halb aufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen. Die Stellung der Lichter erhöhte den Glanz der Gabe. Alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf die Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbeidrängte, mit ungewöhnlicher Hast und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf- und niederging und den feierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte. »Was hast du, Liebchen?« rief die Alte verwundert aus. »Ums Himmels Willen, Töchterchen, was gibt's? Sieh hier diese Geschenke! Von wem können sie sein, als von deinem zärtlichsten Freunde?« »Norberg schickt dir das Stück Muselin zum Nachtkleid. Bald ist er selbst da. Er scheint mehr eifriger und freigebiger als jemals.« Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Marianne sich von den Geschenken wegwendend mit Leidenschaft ausrief, »Fort, fort, heut will ich nichts von allem diesem hören. Ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so. Wenn Norberg zurückkehrt, bin ich wieder sein, bin ich dein, mache mit mir, was du willst. Aber bis dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Vorsatz nicht ausreden. Dieses ganze Mein will ich dem geben, der mich liebt und den ich liebe. Keine Gesichter. Ich will mich dieser Leidenschaft überlassen, als wenn sie ewig dauern sollte.« Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen. Doch da sie in fernerem Wortwechsel heftig und bitter ward, sprang Marianne auf sie los und fasste sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. »Ich werde sorgen müssen,« rief sie aus, »dass sie wieder bald in lange Kleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht euch aus. Ich hoffe, das Mädchen wird mir abbitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat. Herunter mit dem Rock und immer sofort alles herunter. Es ist eine unbequeme Tracht und für euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselbänder begeistern euch.« Die Alte hatte Hand an sie gelegt. Marianne rief sich los. »Nicht so geschwind,« rief sie aus. »Ich habe noch heute Besuch zu erwarten.« »Das ist nicht gut,« versetzte die Alte. »Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbefiederten Kaufmannssohn?« »Eben den,« versetzte Marianne. »Es scheint, als wenn die Großmut eure herrschende Leidenschaft werden wollte,« erwiderte die Alte spottend. »Ihr nehmt euch der Unmündigen, der Unvermögenen mit großem Eifer an. Es muss reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden.« »Spotte, wie du willst. Ich lieb ihn, ich lieb ihn.« »Mit welchem Entzücken spreche ich zum ersten Mal diese Worte aus?« »Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich keinen Begriff hatte.« »Ja, ich will mich ihm um den Hals werfen. Ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen.« »Mäßigt euch,« sagte die Alte gelassen, »mäßigt euch. Ich muss eure Freude durch ein Wort unterbrechen. Norberg kommt. In vierzehn Tagen kommt er. Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat.« »Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Vierzehn Tage, welche Ewigkeit. In vierzehn Tagen. Was kann da nicht vorfallen? Was kann sich da nicht verändern?« Wilhelm trat herein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen? Mit welchem Entzücken umschlang er die rote Uniform? Drückte er das weiße Atlas-Wästchen an seine Brust? Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen? Die Alte ging murrend beiseite. »Wir entfernen uns mit ihr und lassen die Glücklichen allein.« Zweites Kapitel Als Wilhelm seine Mutter des anderen Morgens begrüßte, eröffnete sie ihm, dass der Vater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. »Wenn ich gleich selbst vor sie fort manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Vergnügen gestört wird. Der Vater wiederholt immer, wozu es nur Nütze sei, wie man seine Zeit nur so verderben könne.« »Ich habe es auch schon von ihm hören müssen,« versetzte Wilhelm, »und habe ihm vielleicht zu hastig geantwortet. Aber ums Himmels Willen, Mutter, ist denn alles unnütz, was uns nicht unmittelbar Geld in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besitz verschafft?« »Hatten wir in dem alten Haus nicht Raum genug? Und war es nötig, ein neues zu bauen? Verwendet der Vater nicht jährlich einen ansehnlichen Teil seines Handelsgewinnes zur Verschönerung der Zimmer?« »Diese seidenen Tapeten, diese englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnütz? Könnten wir uns nicht mit geringeren Begnügen?« »Wennestens bekenne ich, dass mir diese gestreiften Wände, diese hundertmal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Eindruck machen. Sie kommen mir höchstens vor wie unser Theatervorhang.« »Aber wie anders ist's vor diesem zu sitzen? Wenn man noch so lange warten muss, so weiß man doch, er wird in die Höhe gehen, und wir werden die mannigfaltigsten Gegenstände sehen, die uns unterhalten, aufklären und erheben.« »Mach es nur mäßig«, sagte die Mutter. »Der Vater will auch abends unterhalten sein.« »Und dann glaubt er es, zerstreue dich, und am Ende trage ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft musste ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen lassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum Heiligen Christ gab und das euch zuerst Geschmack am Schauspiele beibrachte.« Schelten Sie das Puppenspiel nicht. Lassen Sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht geräuen. Es waren die ersten vergnügten Augenblicke, die ich in dem neuen, leeren Hause genoss. Ich sehe es diesen Augenblicken noch vor mir. Ich weiß, wie sonderbar es mir vorkam, als man uns nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke vor einer Türe niedersitzen hieß, die aus einem Zimmer hereinging. Sie eröffnete sich, allein nicht wie sonst zum Hin- und Wiederlaufen. Der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir alle von Ferne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halbdurchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man jedem sein Stühlchen an und gebot, uns in Geduld zu warten. So saß nun alles und war still. Eine Pfeife gab das Signal. Der Vorhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochrot gemalte Aussicht in den Tempel. Der hohe Priester Samuel erschien mit Jonathan und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen kam mir höchst ehrwürdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Szene in großer Verlegenheit über die Impertinenz des schwerlötigen Kriegers, der ihn und die seinigen herausgefordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als der zwerggestaltete Sohn Isai mit Schäferstab, Hirtentasche und Schleuder hervorhüpfte und sprach, »Großmächtigster König und Herr, Herr, es entfalle keinem der Mut um des Willen, wenn Ihre Majestät mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit dem gewaltigen Riesen in den Streit treten.« Der erste Akt war geendet und die Zuschauer höchst begierig zu sehen, was nun weiter vorgehen sollte. Jedes wünschte, die Musik möchte nur bald aufhören. Endlich ging der Vorhang wieder in die Höhe. David weihte das Fleisch des Ungeheuers den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde. Der Philister sprach hohen, stampfte viel mit beiden Füßen, fiel endlich wie ein Klotz und gab der ganzen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie danach hier die Jungfrauen sangen, Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend, der Kopf des Riesen vor dem kleinen Überwinder hergetragen wurde und er die schöne Königstochter zu gemahlen erhielt, verdross es mich doch bei aller Freude, dass der Glücksprinz so zwergmäßig gebildet sei. Denn nach der Idee vom großen Goliath und kleinen David hatte man nicht verfehlt, beide recht charakteristisch zu machen. »Ich bitte Sie, wo sind die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Vergnügen machte, indem ich ihn neulich zu diesem Kinderspiel unterhielt.« »Es wundert mich nicht, dass du dich dieser Dinge so lebhaft erinnerst, denn du nahmst gleich den größten Anteil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig lerntest. Ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David von Wachs machtest, sie beide gegeneinander perorieren ließest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wechselndem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals so eine herzliche mütterliche Freude über dein gutes Gedächtnis und deine pathetische Rede, das ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, dass es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte. »Lassen Sie es sich nicht geäulen«, versetzte Wilhelm, »denn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht.« Und mit diesem erbart er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten versetzt, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und bewahrte sie sorgfältig. Drittes Kapitel Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Herz früher oder später empfinden kann, so müssen wir unseren Helden dreifach glücklich preisen, dass ihm gegönnt war, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Umfang zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich begünstigt, indes die meisten von ihren früheren Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie nach einem kümmerlichen Genuss gezwungen sind, ihren besten Wünschen entsagen und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen. Auf den Flügeln der Einbildungskraft hatte sich Wilhelms Begierde zu dem reizenden Mädchen erhoben. Nach einem kurzen Umgange hat er ihre Neigung gewonnen. Er fand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte, denn sie war ihm zuerst in dem günstigen Licht der theatralischen Vorstellung erschienen und seine Leidenschaft zur Bühne verband sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpf. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Zustand seiner Geliebten gab ihren Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Hilfe kam. Die Furcht, ihr Geliebter, möchte ihre übrigen Verhältnisse vor der Zeit entdecken, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschein von Sorge und Scham. Ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichkeit zu vermehren. Sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen. Als er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Verhältnisse zurückblickte, erschien ihm alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlicher, seine Talente kräftiger, seine Vorsätze entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Vorwürfen seines Vaters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er verrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war abends bei Tische unterhalten und schlich, wenn alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte alle Linders und Lerners im Busen unaufhaltsam zu seiner Geliebten. »Was bringen Sie?« fragte Marianne, als er eines Abends ein Bündel hervorwies, das die Alte in Hoffnung angenehmer Geschenke sehr aufmerksam betrachtete. »Sie werden es nicht erraten,« versetzte Wilhelm. Wie verwunderte sich Marianne, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Haufen spannenlanger Puppen sehen ließ. Marianne lachte auf, als Wilhelm die verworrenen Drähte auseinanderzuwickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte schlicht verdrießlich beiseite. Es bedarf nur einer Kleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und so vergnügten sich unsere Freunde diesen Abend aufs Beste. Die kleine Truppe wurde gemustert, jede Figur genau betrachtet und belacht. König Saul im schwarzen Samtrock mit der goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen. Er sehe ihr, sagte sie zu steif und pedantisch aus. Desto besser behagte ihr Jonathan, sein glattes Kinn, sein gelb und rotes Kleid und der Turban. Auch wusste sie ihn geartig, am Drahte hin und her zu drehen, ließ ihn Referenzen machen und Liebeserklärungen hersagen. Dagegen wollte sie dem Propheten Samuel nicht die mindeste Aufmerksamkeit schenken. Wenn ihr gleich Wilhelm das Brustschildchen anpries und erzählte, dass der Schiller Taff des Leibrocks von einem alten Kleide der Großmutter genommen sei, David war ihr zu klein und Goliath zu groß, sie hielt sich an ihren Jonathan. Sie wusste ihm so artig zu tun und zuletzt ihre Liebkosungen von der Puppe auf unseren Freund herüber zu tragen, dass auch diesmal wieder ein geringes Spiel die Einleitung glücklicher Stunden wert. Aus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Marianne rief der Alten, die nach ihrer Gewohnheit noch fleißig die veränderlichen Materialien der Theatergarderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Auskunft, dass eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiener Keller nebenan heraustaumle, wo sie bei frischen Austern, die eben angekommen, des Champagners nicht geschont hätten. Schade, sagte Marianne, dass es uns nicht früher eingefallen ist. Wir hätten uns auch was zugute tun sollen. Es ist wohl noch Zeit, versetzte Wilhelm und reichte der Alten ein Louis d'Or hin. Verschaffen Sie uns, was wir wünschen, so soll sie's mitgenießen. Die Alte war behennt und in kurzer Zeit stand ein hartlich bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Kollation vor den Liebenden. Die Alte musste sich dazusetzen. Man aß, trank und ließ sich's wohl sein. In solchen Fällen fehlt es nie an Unterhaltung. Marianne nahm ihren Jonathan wieder vor und die Alte wusste das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. »Sie haben uns schon einmal«, sagte sie, »von der ersten Aufführung eines Puppenspiels am Weihnachtsabend unterhalten. Es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballett angehen sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte.« »Ja«, sagte Marianne, »erzähle uns weiter, wie war dir's zumute?« »Es ist eine schöne Empfindung, liebe Marianne«, versetzte Wilhelm, »wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Irrtümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblick geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umsehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzufrieden, sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gefühle für unüberwindlich hielten, und dasjenige, was wir jetzt entwickelt sind, mit dem zu vergleichen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glücklich fühle ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Vergangenen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchwandern können. »Wie war es mit dem Ballett?« fiel die Alte ihm ein. »Ich fürchte, es ist nicht alles abgelaufen, wie es sollte.« »Oh ja«, versetzte Wilhelm, »sehr gut. Von jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben.« Nun fiel der Vorhang, die Türe schloss ich und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zum Bette. Ich weiß aber wohl, dass ich nicht einschlafen konnte, dass ich noch etwas erzählt haben wollte, dass ich noch viele Fragen tat und dass ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte. Den anderen Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der mystische Schleier weggehoben. Man ging durch jene Türe wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liefen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her. Es schien mir unmöglich, dass da nur zwei Türpfosten sein sollten, wo gestern so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorene Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sein, als ich mir damals schien. Ein freudetrunkener Blick, den er auf Marianen warf, überzeugte sie, dass er nicht fürchtete, jemals in diesem Fall kommen zu können. Viertes Kapitel Mein einziger Wunsch war nunmehr, fuhr Wilhelm Ford, eine zweite Aufführung des Stücks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde, den Vater zu bereden. Allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Wert haben. Kinder und Alte wüssten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich begegnete. Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten warten müssen, hätte nicht der Erbauer und heimliche Direktor des Schauspiels selbst Lust gefühlt, die Vorstellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurst zu produzieren. Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Vater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte sich am Christfest der kleinen Familie dankbar zeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenk mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehemals in müßigen Stunden zusammengebaut, geschnitzt und gemalt hatte. Er war es, der mit Hilfe eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersagte. Ihm ward nicht schwer, den Vater zu bereden, der einem Freunde aus Gefälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus Überzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder aufgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt. Hatte ich das erste Mal die Freude der Überraschung und des Staunens, so war zum zweiten Mal die Wollus des Aufmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe, war jetzt mein Anliegen. Dass die Puppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gesagt, dass sie sich nicht von selbst bewegten, vermutete ich auch, aber warum das alles doch so hübsch war und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten und wo die Lichter und die Leute sein möchten, diese Rätsel beunruhigten mich. Umso mehr, je mehr ich wünschte zugleich, unter den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände verdeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Illusion zu genießen. Das Stück war zu Ende, man machte Vorbereitungen zum Nachspiel, die Zuschauer waren aufgestanden und schwatzten durcheinander. Ich drängte mich näher an die Tür und hörte ihnen wendig am Klappern, dass man mit Aufräumen beschäftigt sei. Ich hub den unteren Teppich auf und guckte zwischen dem Gestelle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück. Allein ich hatte doch so viel gesehen, dass man Freunde und Feinde, Saul und Goliath und wie sie alle heißen mochten, in einen Schiebkasten packte und so erhielt meine halb befriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen den Leutnant im Heiligtume sehr geschäftig erblickt. Nunmehr konnte mich der Hans Wurst, so sehr er mit seinen Absätzen klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach dieser Entdeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erst vor, als ob ich gar nichts wisse und ich hatte Recht, denn es fehlte mir der Zusammenhang und darauf kommt doch eigentlich alles an. Fünftes Kapitel Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen. Sie sind aufmerksam auf alle Ritzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können. Sie genießen es mit einer solchen verstohlenen, wollüstigen Furcht, die einen großen Teil des kindischen Glücks ausmacht. Ich war vor allem meinen Geschwistern aufmerksam, wenn irgendein Schlüssel stecken blieb. Je größer die Ehrfurcht war, die ich für die verschlossenen Türen in meinem Herzen herumtrug, an denen ich wochen und monatelang vorbeigehen musste und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligtum öffnete, um etwas herauszuholen, einen verstohlenen Blick tat, desto schneller war ich, einen Augenblick zu benutzen, den mich die Nachlässigkeit der Wirtschafterinnen manchmal treffen ließ. Unter allen Türen war, wie man leicht erachten kann, die Tür der Speisekammer, diejenige, auf die meine Sinne am schärfsten gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich dann einige gedörrte Pflaumen entweder ihrer Güte oder meiner List zu danken hatte. Die aufgehäuften Schätze übereinander umfingen meine Einbildungskraft mit ihrer Fülle und selbst der wunderliche Geruch, den so mancherlei Spezereien durcheinander aushauchten, hatte so eine leckere Wirkung auf mich, dass ich niemals versäumte, so oft ich in der Nähe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden. Dieser merkwürdige Schlüssel blieb eines Sonntags morgens, da die Mutter von dem Geläute übereilt ward und das ganze Haus in einer tiefen Sabbatstille lag stecken. Kaum hatte ich es bemerkt, als ich etliche Male sachte an der Wand hin und her ging, mich endlich still und fein andrängte, die Tür öffnete und mich mit einem Schritt in der Nähe so vieler lang gewünschter Glückseligkeit fühlte. Ich besah Kästen, Säcke, Schachteln, Büchsen, Gläser mit einem schnellen, zweifelnden Blick. Was ich wählen und nehmen sollte, griff endlich nach den viel geliebten, gewelkten Pflaumen, versah mich mit einigen getrockneten Äpfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte Pomeranzenschale dazu, mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rückwärts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinander stehende Kasten in die Augen fielen, als deren einem Drähte oben mit Häkchen versehen durch den übel verschlossenen Schieber heraushingen. Ahnungsvoll fiel ich darüber her und mit welcher überirdischen Empfindung entdeckte ich, dass darin meine Helden- und Freudenwelt aufeinandergepackt sei. Ich wollte die obersten aufheben, betrachten, die untersten hervorziehen. Allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders, da die Küchen in der benachbarten Küche einige Bewegung machte, dass ich alles so gut ich konnte, zusammendrückte, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Komödie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen hatte, zu mir steckte und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete. Von der Zeit an wandte ich alle verstohlenen, einsamen Stunden darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanken vorzustellen, wie herrlich es sein müsste, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich war darüber in meinen Gedanken selbst zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, der Stelle des Gartens, unter allerlei Umständen studierte ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig, nur dass ich mich meist an den Platz der Haupthelden zu setzen pflegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlaufen ließ. So lagen mir die großmütigen Reden Davids, mit denen er den übermütigen Riesen Goliath herausforderte, Tag und Nacht im Sinn. Ich murmelte sie oft vor mich hin. Niemand gab Acht darauf, als der Vater, der manchmal einen solchen Ausruf bemerkte und bei sich selbst das gute Gedächtnis eines Knaben pries, der von so wenigem Zuhören so mancherlei habe behalten können. Hierdurch ward ich immer verwegener und rezitierte eines Abends das Stück zum größten Teile vor meiner Mutter, in dem ich mir einige Wachsklümpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, drang in mich und ich gestand. Glücklicherweise fiel diese Entdeckung in die Zeit, da der Leutnant selbst den Wunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu dürfen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talent ihres Sohnes und er wusste nun einzuleiten, dass man ihm ein paar Zimmer im obersten Stock, die gewöhnlich leer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem anderen die Schauspieler seien und das Proszenium abermals die Öffnung der Tür ausfüllen sollte. Der Vater hatte seinem Freunde das alles zu veranstalten erlaubt. Er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsatz, man müsse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe. Sie griffen immer zu weit um sich. Er meinte, man müsse bei ihren Freuden ernst scheinen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zufriedenheit sie nicht übermäßig und übermütig mache. Sechstes Kapitel Der Leutnant schlug nunmehr das Theater auf und besorgte das Übrige. Ich merkte wohl, dass er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus kam und vermutete die Absicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl fühlte, dass ich vor Sonnabends keinen Teil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam ein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie auftreten sollten. Ich betrachtete sie sorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhob, sodass ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich sah nicht ohne Ehrfurcht zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung das Ganze von außen tue und das Gefühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfassten. Wir machten einen Versuch und es ging gut. Den anderen Tag, da eine Gesellschaft kindergeladen war, hielten wir uns trefflich, außer dass ich in dem Feuer der Aktion meinen Jonathan fallen ließ und genötigt war, mit der Hand hinunterzugreifen und ihn zu holen. Ein Zufall, der die Illusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich kränkte. Auch schien dieses Versehen dem Vater sehr willkommen zu sein, der das große Vergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig, nicht an den Tag gab. Nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sagte, es wäre rechtartig gewesen, wenn nur dies oder das nicht versagt hätte. Mich kränkte das innig. Ich war traurig für den Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Verdruss schon wieder verschlafen und war in dem Gedanken selig, dass ich außer jenem Unglück trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten, obgleich der Leutnant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel getan habe, so perorierte er doch meist zu affektiert und steif, dagegen spreche der neue Anfänger seinen David und Jonathan vortrefflich. Besonders lobte die Mutter den freimütigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgefordert und dem König den bescheidenen Sieger vorgestellt habe. Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen und da der Frühling herbeikam und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durcheinander spielen. Oft blute ich meine Geschwister und Kameraden hinauf, wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brötete über der kleinen Welt, die gar bald eine andere Gestalt gewann. Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etliche Male aufgeführt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne und verschiedene italienisch-deutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertiefte und jedes Mal nur erst vorne die Personen überrechnete und dann sogleich ohne weiteres zur Aufführung des Stücke schritt. Da musste nun König Saul in seinem schwarzen Samtkleide den Chaux-Migrins Cato und Darius spielen, wobei zu bemerken war, dass die Stücke niemals ganz, sondern meistenteils nur die fünften Akte, wo es an ein Todstechen ging, aufgeführt wurden. Auch war es natürlich, dass mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Veränderungen und Abenteuern mehr als alles ansehen musste. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blitze und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wusste gar trefflich nachzumachen, der Blitz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama gar nicht angehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Plätzchen, wo ich so manche Freude genosse und ich gestehe, dass der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug. Die Dekorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Vollkommenheit, denn dass ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminieren, kam mir jetzt wohl zustatten. Umdesto weher tat es mir, wenn mich gar oft das Personal an der Ausführung großer Sachen hinderte. Meine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus- und ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flitter, bettelte sich manches Stückchen taff zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren. Die Truppe war nun wirklich mit Kleidern für das größte Stück versehen und man hätte denken sollen, es würde nun erst recht einer Aufführung der anderen folgen. Aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt, sie fassen weite Pläne, machen große Anstalten, auch wohl einige Versuche und es bleibt alles zusammenliegen. Dieses Fehlers muss ich mich auch anklagen, die größte Freude lag bei mir in der Erfindung und in der Beschäftigung der Einbildungskraft. Dies oder jenes Stück interessierte mich um irgendeiner Szene willen und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Über solchen Anstalten waren die ursprünglichen Kleidungsstücke meiner Helden in Unordnung geraten und verschleppt worden, dass also nicht einmal das erste große Stück mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Fantasie, probierte und bereitete ewig, baute tausend Luftschlösser und spürte nicht, dass ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört hatte. Während dieser Erzählung hatte Marianne alle ihre Freundlichkeit gegen Wilhelm aufgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen, so scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie jedoch zu einfach und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setzte zärtlich ihren Fuß auf den Fuß des Geliebten und gab ihm scheinbare Zeichen ihrer Aufmerksamkeit und ihres Beifalls. Sie trank aus seinem Glase und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen. Nach einer kleinen Pause rief er aus, es ist nun an dir, Marianne, mir auch deine ersten jugendlichen Freuden mitzuteilen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als dass wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bekümmern können. Sage mir, unter welchen Umständen bist du erzogen? Welche sind die ersten lebhaften Eindrücke, deren du dich erinnerst? Diese Fragen würden Marianen in große Verlegenheit gesetzt haben, wenn ihr die Alte nicht zugleich zur Hilfe gekommen wären. Glauben sie denn, sagte das kluge Weib, dass wir auf das, was uns früh begegnet, so aufmerksam sind, dass wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und wenn wir sie zu erzählen hätten, dass wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüssten. Als wenn es dessen bedürfte, rief Wilhelm aus, ich liebe dieses zärtliche gute liebliche Geschöpf so sehr, dass mich jeder Augenblick meines Lebens verdrieß, den ich ohne sie zugebracht habe, lass mich wenigstens durch die Einbildungskraft teil an deinem vergangenen Leben nehmen. Erzähle mir alles. Ich will dir alles erzählen. Wir wollen uns womöglich täuschen und jene für die Liebe verlorenen Zeiten wieder zu gewinnen suchen. Wenn sie so eifrig darauf bestehen können wir sie wohl befriedigen, sagte die Alte. Erzählen sie uns nur erst, wie ihre Liebhaberei zum Schauspiel nach und nach gewachsen sei, wie sie sich geübt, wie sie so glücklich zugenommen haben, dass sie nunmehr für einen guten Schauspieler gelten können. Es hat ihnen dabei gewiss nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe wert, dass wir bald wieder so ruhig und zufrieden zusammensitzen. Marianne schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, den Wilhelm nicht bemerkte und in seiner Erzählung fortfuhr. Siebtes Kapitel Die Zerstreuungen der Jugend, da meine Gespannschaft sich zu vermehren anfing, taten dem einsamen stillen Vergnügen Eintrag. Ich war wechselweise bald Jäger, bald Soldat, bald Reiter, wie es unsere Spiele mit sich brachten. Doch hatte ich immer darin einen kleinen Vorzug vor den anderen, dass ich imstande war, ihnen die nötigen Gerätschaften schicklich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik. Ich verzierte und vergoldete die Schlitten und ein geheimer Instinkt ließ mich nicht ruhen, bis ich unsere Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden gefertigt, mit Papieren in Büschen geschmückt, Schilde sogar, Harnische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause die etwas Schneider waren und die Näherinnen manche Nadel zerbrachen. Einen Teil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohlgerüstet, die übrigen wurden auch nach und nach doch geringer ausstaffiert und es kam ein stattliches Chor zusammen. Wir marschierten in Höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpfe, es gab manche Misshelligkeit, die aber bald beigelegt war. Dieses Spiel, das die anderen sehr unterhielt, war kaum etliche Mal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Anblick so vieler gerüsteten Gestalten musste ihn mir notwendig die Ritterideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gefallen war, meinen Kopf anfüllen. Das befreite Jerusalem, davon mir Koppens Übersetzung in die Hände fiel, gab meinen herumschweifenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen, es waren aber Stellen, die ich auswendig wusste, deren Bilder mich umschwebten. Besonders fesselte mich Chlorinde mit ihrem ganzen Tun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins taten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln anfing, als die gemachten Reize Arminens, obgleich ich ihren Garten nicht verachtete. Aber hundert und hundert Mal, wenn ich abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont heraufdämmerte, die Sterne hervortraten, aus allen Winkeln und Tiefen die Nacht hervordrangen und der klingende Ton der Grillen durch die feierliche Stille schrillte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikampfes zwischen Tankred und Chlorinden vor. So sehr ich wie billig von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Turn der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tankred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der düstern Hülle der Streit beginnt und sie gewaltig kämpfen. Ich konnte nie die Worte aussprechen, allein das Lebensmaß Chlorindens ist nun voll und ihre Stunde kommt, in der sie sterben soll, dass mir nicht die Tränen in die Augen kamen, die reichlich flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Brust stößt, der sinkenden den Helm löst, sie erkennt und zur Taufe bebend das Wasser holt. Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Walde Tank Gretens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem Hiebe fließt und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, dass er auch hier Chlorinden verwunde, dass er vom Schicksal bestimmt sei, das, was er liebt, überall unwissend zu verletzen. Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, dass ich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergestalt eingenommen war, dass ich es auf irgendeine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tankreden und Rinalden spielen und fand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich schon gefertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tankred, die andere von Silber und Gold Papier den glänzenden Reinhold zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Vorstellung erzählte ich alles meinen Gespannen, die davon ganz entzückt wurden und nur nicht wohl begreifen konnten, dass das alles aufgeführt und zwar von ihnen aufgeführt werden sollte. Diesen Zweifeln half ich mit vieler Leichtigkeit ab, ich disponierte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten gespielten Haus, ohne zu berechnen, dass die alte Tante sie nimmer mehr hergeben würde. Ebenso war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer dass man es auf Balken setzen, die Kulissen von geteilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher aber die Materialien und Gerätschaften kommen sollten, hatte ich Für den Wald fanden wir eine gute Auskunft. Wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, dass er uns junge Birken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Nun aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, eh die Bäume verdauten, zustande bringen könne. Da war guter Rat teuer, es fehlte an Platz, am Theater, an Vorhängen, die spanischen Wände waren das Einzige, was wir hatten. In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Leutnant an, dem wir eine weitläufige Beschreibung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behilflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im Hause und der Nachbarschaft nur finden eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen, die Bäume wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt. Indessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter angezündet, die Mägde und Kinder saßen auf ihren Plätzen, das Stück sollte angehen, die ganze Heldenschar war angezogen, nun spürte aber jeder zum ersten Mal, dass er nicht wisse, was er zu sagen habe. In der Hitze der Erfindung, da ich ganz von meinem Gegenstande durchdrungen war, hatte ich vergessen, dass doch jeder wissen müsse, was und wo er es zu sagen habe. Und in der Liebhaftigkeit der Ausführung war es den übrigen auch nicht beigefallen, sie glaubten, sie würden sich leicht als Helden darstellen, leicht zu behandeln und reden können, wie die Personen, in deren Welt ich sie versetzt hatte. Sie standen alle erstaunt, und ich, der ich mich als Tankred vorne angedacht hatte, fing allein auftretend einige Verse aus dem Helden Gedicht her zu sagen an. Weil aber die Stelle gar sobald ins Erzählende überging und ich in meiner eigenen Rede endlich als dritte Person vorkam, auch der Gottfried, von dem die Sprache war, nicht herauskommen wollte, so musste ich unter großem Gelächter meiner Zuschauer eben wieder abziehen. Ein Unfall, der mich tief in der Seele kränkte. Verunglückt war die Expedition. Die Zuschauer saßen da und wollten etwas sehen. Gekleidet waren wir. Ich raffte mich zusammen und entschloss mich kurz und gut, David und Goliath zu spielen. Einige der Gesellschaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir aufgeführt, alle hatten es oft gesehen, man teilte die Rollen aus, es versprach jeder sein Bestes zu tun und ein kleiner drolliger Knabe malte sich einen schwarzen Bart um, wenn ja eine Lücke einfallen sollte, sie als Hanswurst mit einer Posse auszufüllen, eine Anstalt, die ich als dem Ernste des Stückes zuwider sehr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus dieser Verlegenheit gerettet wäre, mich nie als mit der größten Überlegung an die Vorstellung eines Stückes zu wagen. Achtes Kapitel Marianne, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, der sie fest an sich drückte und in seiner Erzählung fortfuhr, indes die Alte den Überrest des Weins mit gutem Bedacht genoss. Die Verlegenheit, sagte er, in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, in dem wir ein Stück das nicht existierte zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeden Roman, den ich las, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiel darzustellen, konnte selbst der unbiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, dass alles, was in der Erzählung ergötzte, vorgestellt, eine viel größere Wirkung tun alles auf der Bühne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo einer auf eine besondere Weise erstochen oder vergiftet wurde, und meine Einbildungskraft sah über Exposition und Verwicklung hinweg und eilte dem interessanten fünften Akt zu. So fing ich auch wirklich an, einige Stücke von hinten hervor zu schreiben, ohne dass ich auch nur bei einem einzigen bis zum Anfang gekommen wäre. Zu gleicher Zeit las ich teils aus eigenem Antrieb, teils auf Veranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren, Schauspiele aufzuführen, einen ganzen Wust theatralischer Produktionen durch, wie sie der Zufall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Jahren, wo uns noch alles gefällt, wo wir in der Menge und Abwechslung unsere Befriedigung finden. Leider aber ward mein Urteil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gefielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hoffte. Und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas. Und meine lebhafte Vorstellungskraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, verführte mich zu glauben, dass ich auch alle darstellen würde. Gewöhnlich wählte ich daher bei der Austeilung diejenigen, welche sich gar nicht für mich schickten und wenn es nur einigermaßen angehen wollte, wohl gar ein paar Rollen. Kinder wissen beim Spiele aus allem alles zu machen. Ein Stab wird zur Flinte, ein Stückchen Holz zum Degen, jedes Bündelchen zur Puppe und jeder Winkel zur Hütte. In diesem Sinne entwickelte sich unser Privattheater. Bei der völligen Unkenntnis unserer Kräfte unternahmen wir alles, bemerkten kein Quiproquo und waren überzeugt, jeder müsse uns dafür nehmen, wofür wir uns gaben. Leider ging alles einen so gemeinen Gang, dass mir nicht einmal eine merkwürdige Albernheit zu erzählen übrig blieb. Erst spielten wir die wenigen Stücke durch, in welchen nur Mannspersonen auftreten, dann verkleideten wir einige aus unseren Mitteln und zogen zuletzt die Schwestern mit ins Spiel, in einigen Häusern hielt man es für eine nützliche Beschäftigung und lud Gesellschaften darauf. Unser Artaderie-Leutnant verließ uns auch hier nicht. Er zeigte uns, wie wir kommen und gehen, deklamieren und gestikulieren sollten. Allein er erntete für seine Bemühungen meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Künste schon besser als er zu verstehen glaubten. Wir verfielen gabalt auf das Trauerspiel, denn wir hatten oft Sagen hören und glaubten selbst, es sei leichter eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollkommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Versuche ganz in unserem Element. Wir suchten uns der Höhe des Standes der Vortrefflichkeit der Charaktere durch Steifheit und Affektation zu nähern und dünkten uns durchaus nicht wenig. Allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampfen und uns wohl gar vor Wut und Verzweiflung auf die Erde werfen durften. Knaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu teilen anfing, da denn meistenteils Komödie in der Komödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden, die Hände auf das Zärtlichste, sie verschwammen in Glückseligkeit, wenn sie einander so bebändert und aufgeschmückt recht idealisch vorkamen, indes gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trotz und Schadenfreude allerlei Unheil anrichteten. Diese Spiele obgleich ohne Verstand unternommen und ohne Anleitung durchgeführt waren doch nicht ohne Nutzen für uns. Wir übten unser Gedächtnis und unseren Körper und erlangten mehr Geschmeidigkeit im Sprechen und Betragen als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche. Mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater und ich fand kein größer Glück als Schauspiele zu lesen zu schreiben und zu spielen. Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort, man hatte mich dem Handelstand gewidmet und zu unserem Nachbar auf das Comptoir getan, aber eben zu selbiger Zeit entfernte sich mein Geist nur gewaltsamer von allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten musste. Der Bühne wollte ich meine ganze Tätigkeit widmen, auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit finden. Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das ich unter meinen Papieren finden muss, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personifiziert hatte, sich um meine Werte Person recht wacker zankten. Die Erfindung ist gemein und ich erinnere mich nicht, ob sie etwas taugten, aber ihr sollt es sehen, um der Furcht des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert, mit dem Rocken im Gürtel, Gürtel, Schlüsseln mit Schlüsseln an der Seite, Brillen auf der Nase, immer fleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushältisch, kleinlich und beschwerlich. Wie kümmerlich beschrieb ich den Zustand dessen, der sich unter ihrer Rute Bücken und sein knächtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte. Wie anders trat jene dagegen auf? Welche Erscheinung ward sie in den bekümmerten Herzen, herrlich gebildet in ihrem Wesen und betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer Selbst gab ihr Würde ohne Stolz, ihre Kleider ziemten ihr, sie umhüllten jedes Glied ohne es zu zwängen und die reichlichen Falten des Stoffes wiederholten wie ein tausendfaches Echo die reizenden Bewegungen der Göttlichen. Welch ein Kontrast und auf welche Seite sich mein Eichdenken Auch war nichts vergessen, um meine Muse kenntlich zu machen. Kronen und Dolche, Ketten und Masken, wie sie mir meine Vorgänger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugeteilt. Der Wettstreit war heftig, die Reden beider Personen kontrastierten gehörig, da man im vierzehnten Jahre gewöhnlich das Schwarze und Weiße recht nah aneinander zu malen pflegt. Die Alte redete, wie es einer Person geziemt, die eine Stecknadel aufhebt und jene wie eine die Königreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen der Alten wurden verschmäht, ich sah die mir versprochenen Reichtümer schon mit dem Rücken an, enterbt und nackt übergab ich mich der Muse, die mir ihren goldenen Schleier zuwarf und meine Blöße bedeckte. Hätte ich denken können, um meine Geliebte, rief er aus, indem er Marianen fest an sich drückte, dass eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich meinem Vorsatz stärken, mich auf meinem Wege begleiten würde, welche eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluss desselben geworden sein. Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen finde. Lass uns das süße Glück mit Bewusstsein genießen. Durch den Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme, war Marianne erwacht und verbarg durch Liebkosung in ihre Verlegenheit, denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Teile seiner Erzählung vernommen und es ist zu wünschen, dass unser Held für seine Lieblingsgeschichten aufmerksamere Zuhörer künftig finden möge. Neuntes Kapitel So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Verlangen und Hoffnung zu Marianen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt. Er fühlte, dass er ein anderer Mensch zu werden beginne. Nun war er mit ihr vereinigt. Die Befriedigung seiner Wünsche war es eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist das geliebte Mädchen mit sich emporzuheben. In der kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst notwendig gewesen, so war sie ihm jetzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpft war. Seine reine Seele fühlte, dass sie die Hälfte mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben, ohne Grenzen. Auch Marianne konnte sich eine Zeit lang täuschen. Sie teilte die Empfindung seines lebhaften Glücks mit ihm. Ach, wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Vorwurfs ihr über das Herz gefahren wäre. Selbst an dem Busen Willems war sie nicht sicher davor, selbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn sie allein war und aus den Wolken, in denen seine Leidenschaft sie emportrug, in das Bewusstsein ihres Zustandes herabsank, dann war sie zu bedauern. Denn Leichtsinn kam ihr zu Hilfe, solange sie in niedriger Verworrenheit lebte, sich über ihre Verhältnisse betrog oder oder vielmehr sie nicht kannte, da schienen ihr die Vorfälle, denen sie ausgesetzt waren, nur einzeln. Vergnügen und Verdruss lösten sich ab, Demütigung wurde durch Eitelkeit und Mangel oft durch augenblicklichen Überfluss vergütet. Sie konnte Not und Gewohnheit sich als Gesetz und Rechtfertigung anführen und solange ließen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde von Tag zu Tag abschütteln. Nun aber hatte das arme Mädchen sich Augenblicke in eine bessere Welt hinüber gerückt gefühlt, hatte wie von oben herab aus Licht und Freude ins Öde Verworfene ihres Lebens herunter gesehen, hatte gefühlt, welche elende Kreatur ein Weib ist, das mit dem Verlangen nicht zugleich Liebe und Ehrfurcht einflößt und fand sich äußerlich und innerlich um nichts gebessert. Sie hatte nichts, was sie aufrichten konnte. Wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste leer und ihr Herz hatte keinen Wiederhall. Je trauriger dieser Zustand war, desto heftiger schloss sich ihre Neigung an den Geliebten fest, ja die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr ihn zu verlieren mit jedem Tage näher rückte. Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen, ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Kaum ließ das Übermaß der ersten Freude nach, so stellte sich das hell vor seine Seele, was ihn bisher dunkel durchwühlt hatte. Sie ist dein, sie hat sich dir hingegeben, sie, das geliebte, gesuchte, angebetete Geschöpf, dir auf Treu und Glauben hingegeben, aber sie hat sich keinem Undampbaren überlassen. Wo er stand und ging, redete er mit sich selbst, sein Herz floss beständig über, und er sagte sich in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte, den hellen Wink des Schicksals zu verstehen, dass ihm durch Marianen die Hand reichte, sich aus dem stockenden, schleppenden, bürgerlichen Leben herauszureißen, aus dem er schon so lange sich zu die Seinigen zu verlassen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt und sein Mut in ihren Weiten nach Glück und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhöht. Seine Bestimmung zum Theater war ihm nunmehr klar. Das hohe Ziel, das er sich vorgesteckt hatte, schien ihm näher. Indem er an Marianens Hand hinstrebte und in selbst gefälliger Bescheidenheit erblickte er in sich den trefflichen Schauspieler, den Schöpfer eines künftigen Nationaltheaters, nachdem er so vielfältig hatte Seufzen hören. Alles, was in den innersten Winkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, wurde rege. Er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich sehr ineinander flossen. Dafür war auch das Ganze eine desto reizendere Wirkung tat. Zehntes Kapitel Er saß nun zu Hause, kramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, war beiseite gelegt, er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Kritiker wurden als bekannte Freunde unter die Erwählten gestellt. Und da er bisher die Kunstrichter sehr wenig genutzt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und fand, dass die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich in der völligen Überzeugung von der Notwendigkeit solcher Werke viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines auch nur bis in die Hälfte sich hineinlesen können. Dagegen hat er sich desto eifriger an Beispielen gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Versuch gemacht. Werner tat herein und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt, sah, rief er aus, bist du schon wieder über diesen Papieren. Ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden. Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allenfalls etwas Neues. Zu vollenden ist nicht die Sache des Schülers. Es ist genug, wenn er sich übt. aber doch fertig macht, so gut er kann. Und doch ließe sich wohl die Frage aufwerfen, ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Menschen fassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortfährt und an etwas, das niemals einen Wert haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag. Ich weiß wohl, es war nie, deine Sache etwas zustande zu bringen, du warst immer müde, ehe es zur Hälfte kam. Da du noch Direktor unseres Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Dekorationen ausgeschnitten. Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel aufgeführt werden, und höchstens gabst du einmal den fünften Akt, wo alles recht bunt durcheinander ging, und die Leute sich erstachen. Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war denn schuld, dass wir die Kleider, die unseren Puppen angepasst und auf den Leib festgenäht waren, heruntertrennen ließen und den Aufwand einer weitläufigen und unnützen Garderobe machten. Warst du es nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzufeuern und zu nützen wusste? Werner lachte und rief aus, ich erinnere mich immer noch mit Freuden, dass ich von euren theatralischen Feldzügen Vorteile zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet, machte ich auch einen schönen Profit wie ehemals die Venezianer im ähnlichen Falle. Ich finde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Torheiten anderer Vorteil zu ziehen. Ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Vergnügen wäre, die Menschen von ihren Torheiten zu heilen. Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll und meistens wird er es auf Unkosten der anderen. Es fehlt mir eben recht, der Jüngling am Scheidewege in die Hände, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog. Das ist doch fertig geworden, es mag übrigens sein, wie es will. Leg es beiseite, wirf es ins Feuer, versetzte Werner. Die Erfindung ist nicht im geringsten lobenswürdig. Schon vormals ärgerte mich diese Komposition genug und zog dir den Unwillen des Vaters zu. Es mögen ganz artige Verse sein, aber die Vorstellungsart ist grundfalsch. Ich erinnere mich noch deines personifizierten Gewerbes, deiner zusammengeschrumpften, erbärmlichen Sibille. Du magst das Bild in irgendeinem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Von der Handlung hattest du damals keinen Begriff. Ich wüsste nicht, wessen Geist ausgebreiteter wäre, ausgebreiteter sein müsste, als der Geist seines echten Handelsmannes. Welchen Überblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen? Sie lässt uns jederzeit das Ganze überschauen, ohne dass wir nötig hätten, uns durch das Einzelne verwirren zu lassen. Welche Vorteile gewährt die doppelte Buchhaltung dem Kaufmann? Es ist eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes und jeder gute Haushalter sollte sie in seiner Wirtschaft einführen. Verzeih mir, sagte Wilhelm lächelnd, du fängst von der Form an, als wenn das die Sache wäre. Gewöhnlich vergesst ihr aber auch über eurem Addieren und Bilanzieren das eigentliche Fazit des Lebens. Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, befindet sich in der Dunkelheit sehr wohl. Er mag die Posten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirte nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht, denn er weiß sogleich, was für erworbene Vorteile er auf die andere Markschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unseren Geschäften finden könntest, so würdest du dich überzeugen, dass manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können. Es ist möglich, dass mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt. Oh, gewiss, glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Tätigkeit, um dich auf immer zu dem Unsern zu machen. Und wenn du zurückkommst, wirst du dich gern zu denen Gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Spekulation einen Teil des Geldes und Wohlbefindens, das in der Welt seinen notwendigen Kreislauf führt, an sich zu reißen wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Produkte aller Weltteile, betrachte, wie sie wechselweise zur Not duft geworden sind. Welch eine angenehme geistreiche Sorgfalt ist es, alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und doch bald fehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrat zu setzen und den Vorteil jedes Augenblicks dieser großen Zirkulation zu genießen. Dies ist, dünkt mich, was jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird. Wilhelm schien nicht abgeneigt und Werner fuhr fort, besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häfen und du wirst gewiss mit fortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftigt sind, wenn du siehst, wo so manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiss auch mit Vergnügen durch deine Hände gehen sehen. Die geringste Ware siehst du im Zusammenhang mit dem ganzen Handel und eben darum hältst du nichts für gering, weil alles die Zirkulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung zieht. Werner, der seinen richtigen Verstand in dem Umgang mit Willem ausbildete, hatte sich gewöhnt, auch an sein Gewerbe, an seine Geschäfte, mit der Hebung der Seele zu denken und glaubte immer, dass er es mit mehrerem Rechte tue als ein sonst verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Wert und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht fehlen, dieser falsche Enthusiasmus müsse zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hoffnung fuhr er fort, es haben die Großen dieser Welt sich der Erde bemächtigt, sie lebten in Herrlichkeit und Überfluss. Der kleinste Raum unseres Weltteils ist schon in Besitz genommen, jeder Besitz befestigt, Ämter und andere bürgerliche Geschäfte tragen wenig ein, wo gibt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung als den Handel. Haben die Fürsten dieser Welt die Flüsse, die Wege, die Häfen in ihrer Gewalt und nehmen von dem, was durch und vorbeigeht, einen starken Gewinn? Sollen wir nicht mit Freuden die Gelegenheit ergreifen und durch unsere Tätigkeit auch Zoll von jenen Artikel nehmen, die teils das Bedürfnis, teils der Übermut den Menschen unentbehrlich gemacht hat? Ich kann dir versichern, wenn du nur deine dichterische Einbildungskraft anwenden wolltest, so könntest du meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin der deinigen Kühen entgegenstellen. Sie führt freilich lieber den Ölzweig als das Schwert. Dolch und Ketten kennt sie gar nicht, aber Kronen teilen sie auch ihren Lieblingen aus, die es sei ohne Verachtung jener gesagt, von echtem, aus der Quelle erschöpftem Golde und von Perlen glänzen, die sie aus der Tiefe des Meeres durch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat. Wilhelmen verdross dieser Ausfall ein wenig, doch verbarg er seine Empfindlichkeit, denn er erinnerte sich, dass Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Übrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn jeder von seinem Handwerk aufs Beste dachte, nur musste man ihm das Seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangefochten lassen. Und dir, rief Werner aus, der du an menschlichen Dingen so herzlichen Anteil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glück, das mutige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den Menschen wirst gewährt sehen? Was ist reizender als der Anblick eines Schiffes, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig zurückkehrt? Nicht der Verwandte, der Bekannte, der Teilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schiffer ans Land springt, noch ehe sein Fahrzeug ist ganz berührt, sich wieder frei fühlt und nun mir das, was er dem falschen Wasser entzogen, der getreuen Erde anvertrauen kann? Nicht in Zahlen allein, mein Freund, erscheint uns der Gewinn. Das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muss man Leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinnlich genießen. Elftes Kapitel Es ist nun Zeit, dass wir auch die Väter unserer beiden Freunde näher kennenlernen, ein paar Männer von sehr verschiedener Denkungsart, deren Gesinnungen aber darin übereinkamen, dass sie den Handel für das edelste Geschäft hielten und beide höchst aufmerksam auf jeden Vorteil waren, den ihnen irgendeine Spekulation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Vaters eine kostbare Sammlung von Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen und Antiquitäten ins Geld gesetzt, sein Haus nach dem neuesten Geschmack von Grund aus aufgebaut und möbliert und sein übriges Vermögen auf alle mögliche Weise geltend gemacht. Einen ansehnlichen Teil davon hat er dem alten Werner in die Handlung gegeben, der als ein tätiger Handelsmann berühmt war und dessen Spekulationen gewöhnlich durch das Glück begünstigt wurden. Nichts wünschte aber der alte Meister so sehr, als seinem Sohne Eigenschaften zu geben, die ihm selbst fehlten und seinen Kindern Güter zu hinterlassen, auf deren Besitz er den größten Wert legte. Zwar empfand er eine besondere Neigung zum Prächtigen, zu dem, was in die Augen fällt, das aber auch zugleich einen inneren Wert und eine Dauer haben sollte. In seinem Hause musste alles solid und massiv sein, der Vorrat reichlich, das Silbergeschirr schwer, das Tafelservice kostbar. Dagegen waren die Gäste selten, denn eine jede Mahlzeit war ein Fest, das sowohl wegen der Kosten als auch wegen der Unbequemlichkeit nicht oft wiederholt werden konnte. Sein Haushalt ging einen gelassenen und einförmigen Schritt und alles, was sich darin bewegte und erneuerte, war gerade das, was niemandem einigen Genuss gab. Ein ganz entgegengesetztes Leben führte der alte Werner in einem dunklen und finsteren Haus. Hatte er seine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Pult vollendet, so wollte er gut essen und womöglich noch besser trinken, auch konnte er das Gute nicht allein genießen. Neben seiner Familie musste er seine Freunde, alle Fremden, die nur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer bei Tische sehen. Seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich jemanden ein, darauf zu sitzen. Die guten Speisen zogen die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich und niemand bemerkte, dass sie in gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der Ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen Besseren ersetzt. So lebten die beiden Väter, welche öfter zusammenkamen, sich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte beratschlagten und eben heute die Versendung Wilhelms in Handelsangelegenheiten beschlossen. Er mag sich in der Welt umsehen, sagte der alte Meister, und zugleich unsere Geschäfte an fremden Orten betreiben. Man kann einem jungen Menschen keine größere Wohltat erweisen, als wenn man ihn zeitlich in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewusst, dass ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt. Ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben als der ihrige. Der alte Meister, welcher von seinem Sohn und dessen Fähigkeiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in Hoffnung, dass sein Freund ihm widersprechen und die vortrefflichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich. Der alte Werner, der in praktischen Dingen niemandem traute als dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen, man muss alles versuchen, wir können ihn eben denselben Weg schicken. Wir geben ihm eine Vorschrift, wonach er sich richtet, es in verschiedene Schulden einzukassieren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Spekulation, mit der ich sie neulich unterhielt, befördern helfen, denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, lässt sich dabei wenig tun. Er mag sich vorbereiten, versetzte der alte Meister, und so bald als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt? Wir werden nicht weiter nach suchen. Ein Krämer in Haar, der uns noch einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlung statt angeboten. Mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Tier sein. Er mag es selbst holen, mag mit dem Postwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da. Man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briefe zu Recht und so kann er zu Anfang der künftigen Woche aufbrechen. Hilaim wurde gerufen und man machte ihm den Entschluss bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Vorhaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden. So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Überzeugung erhandle vollkommen Recht, sich dem Drucke seines bisherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edleren Bahn zu folgen, dass sein Gewissen sich nicht im Mindesten regte. Keine Sorge in ihm entstand, ja, dass er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, dass ihn Eltern und Verwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten. Er erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an diesen zusammentreffenden Umständen. Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wiedersehen sollte. Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein künstlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manchmal die Füße aus den fest geschlossenen Ketten herauszieht, um die Überzeugung bei sich zu nähren, dass eine Rettung möglich ja noch näher sei als kurzsichtige Wächter glauben. Endlich schlug die nächtliche Stunde, er entfernte sich aus seinem Hause, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Platz hob er seine Hände gen Himmel, fühlte alles hinter und unter sich, er hatte sich von allem los gemacht, nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theater gerüst, er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, dass er noch auf dieser Erde wandle. Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen und wie schön, wie lieblich, in dem neuen weißen Negligé empfing sie ihn, er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abwesenden Liebhabers in den Armen des Gegenwärtigen ein und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichtum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche Kunst sie gelehrt hatte an ihren Lieblingen. Und man fragte, ob er sich glücklich, ob er sich selig fühlte. Er entdeckte ihr, was vorgegangen war und ließ ihr im Allgemeinen seinen Plan, seine Wünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsdann abholen, er hoffe, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verbarg ihre Tränen und drückte und drückte den Freund an ihre Brust, der, obgleich er ihr Verstummen auf das Günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hätte, besonders, da er sie zuletzt auf das Bescheidenste, auf das Freundlichste fragte, ob er sich denn nicht Vater glauben dürfe. Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse. Zwölftes Kapitel Den anderen Morgen erwachte Marianne nur zu neuer Betrübnis. Sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bett und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten. Aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegengesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichen Lage fühlen? Ihr Geliebte entfernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentreffen sollten. Beruhige dich, Liebchen, rief die Alte, verweine mir deine schönen Augen nicht. Ist es denn ein so großes Unglück, zwei Liebhaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zärtlichkeit nur dem einen schenken kannst, so sei wenigstens dankbar gegen den anderen, der nach der Art, wie er für dich sorgt, gewiss dein Freund genannt zu werden verdient. Es ahnte meinem Geliebten, versetzte Marianne dagegen mit Tränen, dass uns eine Trennung bevorstehe. Ein Traum hat ihm entdeckt, was wir ihm so sorgfältig zu verbergen suchen. Er schlief so ruhig an meiner Seite. Auf einmal hörte ich ihn ängstliche, unvernehmliche Töne stammeln. Mir wird bange und ich wecke ihn auf. Ach, mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Feuer umarmt er mich. Oh, Marianne, rief er aus, welchem schrecklichen Zustande hast du mich entrissen. Wie soll ich dir danken, dass du mich aus dieser Hölle befreit hast? Mir träumte, fuhr er fort, ich befände mich entfernt von dir, in einer unbekannten Gegend, aber dein Bild schwebte mir vor. Ich sah dich auf einem schönen Hügel, die Sonne beschien den ganzen Platz, wie reizend kamst du mir vor, aber es wehrte nicht lange, so sah ich dein Bild hinuntergleiten, immer hinuntergleiten, ich streckte meine Arme nach dir aus, sie reichten nicht durch die Ferne, immer sank dein Bild und näherte sich einem großen See, der am Fuße des Hügels weit ausgebreitet lag, eher ein Sumpf als ein See, auf einmal gab dir ein Mann die Hand, er schien dich hinaufführen zu wollen, aber leitete dich seitwärts und schien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hoffte dich zu warnen, wollte ich gehen, so schien der Boden mich festzuhalten, konnte ich gehen, so hinderte mich das Wasser und sogar mein Schreien erstickte in der beklemmten Brust. So erzählte der Arme, indem er sich von seinem Schrecken an meinem Traum durch die seligste Wirklichkeit verdrängt zu sehen. Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunter zu locken und bediente sich dabei der guten Art, welche Vogelställern zu gelingen pflegt, indem sie durch ein Pfeifchen die Töne derjenige nachzuahmen suchen, welche sie bald und häufig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen, rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu, stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. Mein Kind, mein Liebchen, fuhr die Alte schmeichelnd fort, ich will dich nicht betrüben, nicht beleidigen. Ich denke dir nicht, dein Glück zu rauben. Darfst du meine Absicht verkennen und hast du vergessen, dass ich jederzeit mehr für dich als für mich gesorgt habe? Sag mir nur, was du willst. Wir wollen schon sehen, wie wir es ausführen. Was kann ich wollen, versetzte Marianne. Ich bin elend auf mein ganzes Leben elend. Ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, dass ich mich von ihm trennen muss und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Lorberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich tun. Ja, er ist unglücklicherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Prätensionen. Spotte nicht, der Unglückliche denkt, sein Haus zu verlassen, auf das Theater zu gehen, mir seine Hand anzubieten. Leere Hände haben wir schon viere. Ich habe keine Wahl, fuhr Marianne fort, entscheide Du, stoße mich da oder dorthin, nur wisse noch eins, wahrscheinlich trage ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr aneinander fesseln sollte, das bedenke und entscheide, wen soll ich lassen, wem soll ich folgen. Nach einigem Stillschweigen rief die Alte, dass doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt. Ich finde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnügen und Vorteil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen. Es kommt nur darauf an, dass wir klug genug sind, sie beide auseinander zu halten. Mache was du willst, ich kann nichts denken, aber folgen will ich. Wir haben den Vorteil, dass wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen, nur musst du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Willem entfernt ist. Wer währt dir, in den Armen des einen an den anderen zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück. Er soll einen reichen Vater haben. Marianne war durch diese Vorstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung ihrer Überzeugung bringen. Sie wünschte, diese schmerzlichen Verhältnisse zu vergessen und tausend kleine Umstände mussten sie jeden Augenblick daran erinnern. 13. Kapitel Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empfehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid, sie war in einer heftigen Gemütsbewegung und das ganze Haus in großer Verwirrung. Es währte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm, und es war auch nicht zu verheimlichen, dass ihre Stieftochter mit einem Schauspieler davongegangen sei, mit einem Menschen, der sich von einer kleinen Gesellschaft vor kurzem losgemacht, sich im Orte aufgehalten und im französischen Unterricht gegeben habe. Der Vater, außer sich vor Schmerz und Verdruss, sei ins Amt gelaufen, um die Flüchtigen verfolgen zu lassen. Sie schallte ihre Tochter heftig, schmähte den Liebhaber, sodass an beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten die Schande, die dadurch auf die Familie gekommen, und setzte Wilhelmen in nicht geringe Verlegenheit, der sich und sein heimliches Vorhaben durch diese Sibylle gleichsam mit prophetischem Geiste voraus getadelt und gestraft fühlte. Noch stärkeren und innigeren Anteil musste er aber an den Schmerzen des Vaters nehmen, der aus dem Amte zurückkam, mit stiller Trauer und halben Worten seiner Expedition der Frau erzählte und indem er nach eingesehenem Brief das Pferd Wilhelm vorführen ließ, seine Zerstreuung und Verwirrung nicht verbergen konnte. Wilhelm gedachte sogleich, das Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entfernen, in welchem ihm unter den gegebenen Umständen unmöglich wohl werden konnte. Allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirtet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dach verbehalten zu haben entlassen. Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte früh morgens, sobald als möglich, sich von Leuten zu entfernen, die ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Äußerungen auf das Empfindlichste gequält hatten. Er ritt langsam und nachdenkend die Straße hin, als auf einmal eine Anzahl bewaffneter Leute durchs Feld kommen sah, die er an ihren weiten und langen Rücken, großen Aufschlägen, unförmigen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange Gange bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein Kommando Land Miliz erkannte. Unter einer alten Fichte hielten sie stille, setzten ihre Flinten nieder und lagerten sich bequem auf dem Rasen, um eine Pfeife zu rauchen. Wilhelm verweilte bei ihnen und ließ sich mit einem jungen Menschen, der zu Pferde herbeikam, in ein Gespräch ein. Er musste die Geschichte der beiden entflohenen, die ihm nur zu sehr bekannt war, leider noch einmal, und zwar mit Bemerkungen, die weder dem jungen Paare noch den Eltern sonderlich günstig waren, vernehmen. Zugleich erfuhr er, dass man hierher gekommen sei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, die in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Nach einiger Zeit sah man von Ferne einen Wagen herbeikommen, der von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stadtschreiber ritt voraus und komplementierte mit dem gegenseitigen Aktuarius, denn das war der junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen hatte, an der Grenze mit großer Gewissenhaftigkeit und wunderlichen Gebärden, wie es etwa Geist und Zauberer der eine inner und der andere außerhalb des Kreises bei tun mögen. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indes auf den Bauernwagen gerichtet und man betrachtete die armen Verirrten nicht ohne Mitleiden, die auf ein paar Bündeln Stroh beieinander saßen, sich zärtlich anblickten und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zufälligerweise hatte man sich genötigt gesehen, sie von dem letzten Dorf auf eine so unschickliche Art vorzubringen, indem die alte Kutsche, in welcher man die schöne transportierte, zerbrochen war. Sie erbart sich bei dieser Gelegenheit die Gesellschaft ihres Freundes, den man in der Überzeugung, er sei auf einem kapitalen Verbrechen betroffen, bis dahin mit Ketten beschwert, nebenher gehen lassen. Diese Ketten trugen reißen sie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach langen, trüben Tagen bemächtigte. Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Teilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Zeremonien absolviert, der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Verliebten Großen teilnahm, eilte auf dem Fußpfade voraus, um mit dem Amtmane noch ehe der Zug ankäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amtshaus, wo alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Aktuarius einholte und durch eine umständliche Erzählung wie alles gegangen, besonders aber durch ein weitläufiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gespräch verhinderte. Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der durch eine kleine Pferde mit dem Amtshause zusammenhing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Aktuarius nahm über diese schonende Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amtshause versammelte Volk necken und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemütigten Mitbürgerin entziehen wollte. Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistenteils dabei einen und den anderen Fehler machte und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Verweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtsstube, wohin ihm der Aktuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten. Zuerst war die Schöne vorgeführt, die ohne Frechheit gelassen und mit Bewusstsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gekleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, dass sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. Sie fing auch ohne gefragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschicklich zu reden an. Der Aktuarius gebot ihr zu schweigen und hielt seine Feder über dem gebrochenen Blatte. Der Amtmann setzte sich in Fassung. Sein an, räusperte sich und fragte das arme Kind, wie ihr Name heiße und wie alt sie sei. Ich bitte sie, mein Herr, versetzte sie, es muss mir gar wunderbar vorkommen, dass sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, dass sie sehr gut wissen, wie ich heiße und dass ich so alt wie ihr ältester Sohn bin. Was sie von mir wissen wollen und was sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweife sagen. Seit meines Vaters zweiter Heirat werde ich zu Hause nicht zum Besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partien tun können, wenn nicht meine Stiefmutter aus Furcht vor der Ausstattung sie zu vereiteln gewusst hätte. Nun habe ich den jungen Melina kennengelernt. Ich habe ihn lieben müssen und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Verbindung im Wege stunden, entschlossen wir uns miteinander, in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein Eigen war. Wir sind nicht als Diebe und Räuber entflohen und mein Geliebter verdient nicht, dass er mit Ketten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese Härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise. Der alte Amtmann kam hier rüber doppelt und dreifach in Verlegenheit. Die gnädigsten Ausputzer summten ihm schon um den Kopf und die geläufige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protokolls gänzlich zerrüttet. Das Übel wurde noch größer, als sie bei wiederholten, ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief. Ich bin keine Verbrecherin, sagte sie. Man hat mich auf Strohbündeln zur Schande hierher geführt. Es ist eine höhere Gerechtigkeit, die uns wieder zu Ehren bringen soll. Der Aktuarius hatte indessen immer ihre Worte nachgeschrieben und flüsterte dem Amtmann zu, er solle nur weitergehen. Ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon verfassen lassen. Der Alte nahm wieder Mut und fing nun an, nach den süßen Geheimnissen der Liebe mit dürren Worten und den hergebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen. Wilhelmen stieg die Röte ins Gesicht und die Wangen der artigen Verbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, bis die Verlegenheit selbst zuletzt ihren Mut zu erhöhen schien. Seien sie versichert, rief sie aus, dass sie stark genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müsste. Sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir die Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblick an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiss war, als meinen Ehemann angesehen. Ich habe ihm alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, dass mein Bekenntnis für meinen Geliebten schlimme Folgen haben könnte, allein daran Ursache. Wilhelm fasste, als er ihr Geständnis hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indes sie die Gerichtspersonen für eine freche Dirne erkannten und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, dass der gleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden war. Wilhelm versetzte seine Marianne in diesem Augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Aufrichtigkeit noch herzlicher und ihr Bekenntnis noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helfen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sei ja alles so klar als möglich und bedürfe keiner weiteren Untersuchung. Dieses half so viel, dass man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Tür die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend, seine Antworten waren gesetzter und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimütigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussage. Da auch dieses Verhör geendigt war, welches mit dem vorigen in allem übereinstimmte, nur dass er um das Mädchen zu schonen hartnäckig leugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten und es entstand zwischen beiden eine Szene, welche ihn das Herz unseres Freundes gänzlich zu eigen machte. Was nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen, den Streit wechselseitiger Großmut, die Stärke der Liebe im Unglück. Ist es denn also wahr, sagte er bei sich selbst, dass die schüchterne Zärtlichkeit, die vor dem Auge der Sonne und der Menschen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamkeit im tiefen Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen feindseligen Zufall hervorgeschleppt wird, sich als dann mutiger, stärker, tapfer zeigt, als andere brausende und großtuende Leidenschaften. Zu seinem Trost schloss die Handlung noch ziemlich bald, sie wurden beide in leidliche Verwahrung genommen und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinübergebracht. Denn er setzte sich fest vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Verbindung beider Liebenden zu befördern. Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubnis, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde. Das Gespräch der beiden neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft, denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Verhältnis zu den Eltern des Frauenzimmers entdeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüt des Gefangenen, er fühlte sich schon wieder befreit, mit seinen Schwiegereltern versöhnt und es war nun von künftigem Erwerb und Unterkommen die Rede. Darüber werden sie doch nicht in Verlegenheit sein, versetzte Wilhelm, denn sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt in dem Stande, den sie gewählt haben, ihr Glück zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz. Können Schauspieler besser ausgestattet sein? Kann ich ihnen mit einigen Empfehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen. Ich danke ihnen von Herzen, versetzte der andere, aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können, denn ich denke, womöglich nicht auf das Theater zurückzukehren. Daran tun sie sehr übel, sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte, denn er dachte nicht anders, als dass der Schauspieler, sobald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm ebenso natürlich und notwendig, als dass der Frosch das Wasser sucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweifelt und musste nun zu seinem Erstaunen das Gegenteil erfahren. Ja, versetzte der andere, ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch, welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann. Das ist ein sonderbarer Entschluss, den ich nicht billigen kann, denn ohne besondere Ursache ist es niemals ratsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern. Und überdies wüsste ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten darböte, als den eines Schauspielers. Man sieht, dass sie keiner gewesen sind, versetzte jener. Darauf sagte Wilhelm, mein Herr, wie selten ist der Mensch mit dem Zustande zufrieden, in dem er sich befindet. Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt. Indes bleibt doch ein Unterschied, versetzte Melina, zwischen dem Schlimmen und dem Schlimmern. Erfahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgendein Stückchen Brot kümmerlicher, unsicherer und mühseliger in der Welt. Beinahe wäre es ebenso gut, vor den Türen zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen und der Parteilichkeit des Direktors, von der veränderlichen Laune des Publikums auszustehen? Wahrhaftig, man muss ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Affen und Hunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbeln zu tanzen. Wilhelm dachte allerlei bei sich selbst, was er jedoch dem guten Menschen nicht ins Gesicht sagen wollte. Er ging also nur von Ferne mit dem Gespräch um ihn herum, jener ließ sich desto aufrichtiger und weitläufiger heraus. Tät er es nicht Not, sagte er, da sein Direktor jedem Stadtrate zu Füßen fiele, um nur die Erlaubnis zu haben, vier Wochen zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte zirkulieren zu lassen. Ich habe den Unsigen, der so weiter guter Mann war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zum Missvergnügen gab. Ein guter Akteur steigert ihn, die schlechten kann er nicht loswerden. Und wenn er seine Einnahme einigermaßen der Ausgabe gleichsetzen will, so ist es dem Publikum gleich zu viel, das Haus steht leer, und man muss, um nur nicht gar zugrunde zu gehen, mit Schaden und Kummer spielen. Nein, mein Herr, da Sie sich unsere, wie Sie sagen, annehmen mögen, so bitte ich Sie, sprechen Sie auf das Ernstlichste mit den Eltern meiner Geliebten. Man versorge mich hier, man gebe mir einen kleinen Schreiber oder Einnehmerdienst, und ich will mich glücklich schätzen. Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Versprechen, morgen ganz früh die Eltern anzugehen, und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so musste er sich in folgenden Ausrufungen Luft machen. Unglücklicher Melina, nicht in deinem Stande, sondern in dir liegt das Armselige, über das du nicht Herr werden kannst. Welcher Mensch in der Welt, der ohne inneren Beruf, ein Handwerk, eine Kunst oder irgendeine Lebensart ergriffe, müsste nicht wie du seinen Zustand unerträglich finden? Wer mit einem Talent zu einem Talente geboren ist, findet in demselben sein schönstes Dasein. Nichts auf der Erde, ohne Beschwerlichkeit, nur der innere Trieb, die Lust, die Liebe helfen uns, Hindernisse überwinden, Wege bahnen und uns aus dem engen Kreis, worin sich andere kümmerlich abängstigen, emporheben. Dir sind die Bretter nichts als Bretter und die Rollen, was einem Schulknaben sein Pensum ist. Die Zuschauer siehst du an, wie sie sich selbst an Werkeltagen vorkommen. Dir könnte es also freilich einerlei sein, hinter einem Pult über linierten Büchern zu sitzen, Zinsen einzutragen und Reste herauszustochen. Du fühlst nicht das zusammenbrennende, zusammentreffende Ganze, das allein durch den Geist erfunden, begriffen und ausgeführt wird. Du fühlst nicht, dass in den Menschen ein besserer Funke lebt, der, wenn er keine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von der Asche täglicher Bedürfnisse und Gleichgültigkeit tiefer bedeckt und doch so spät und fast nie erstickt wird. Du fühlst in deiner Seele keine Kraft, ihn aufzublasen, in deinem eigenen Herzen keinen Reichtum, um dem Erweckten Nahrung zu geben. Der Hunger treibt dich, die Unbequemlichkeiten sind dir zuwider und es ist dir verborgen, dass in jedem Stande diese Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmut zu überwinden sind. Du tust wohl, dich in jene Grenzen einer gemeinen Stelle zu sehnen, denn welche würdest du wohl ausfüllen, die Geist und Mut verlangt. Gib einem Soldaten, einem Staatsmann, einem Geistlichen deine Gesinnungen und mit ebenso viel Recht wird er sich über das Kümmerliche seines Standes beschweren können. Ja, hat es nicht sogar Menschen gegeben, die von allem Lebensgefühl so ganz verlassen waren, dass sie das ganze Leben und Wesen der Sterblichen für ein Nichts, für ein kummervolles und staubgleiches Dasein erklärt haben. Regten sich lebendig in deiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, wärmte deine Brust, ein teilnehmendes Feuer verbreitete sich über deine ganze Gestalt die Stimmung, die aus dem Innersten kommt, während die Töne deiner Kehle die Worte deiner Lippen lieblich anzuhören. Fühltest du dich genug in dir selbst, so würdest du dir gewiss Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in anderen fühlen zu können? Unter solchen Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgekleidet und stieg mit einem Gefühl des innigsten Behagens zu Bett. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des unwürdigen morgenden Tages tun würde, entwickelte sich in seiner Seele. Angenehme Fantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlafes, sanft hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unseres Freundes mit dem Vorbilde des Himmels umgaben. Am frühen Morgen war er schon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden Unterhaltung nach. Er kehrte in das Haus der verlassenen Eltern zurück, wo man ihn mit Verwunderung aufnahm. Er trug seine Anbringen bescheiden vor und fand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermutet hatte. Geschehen war es einmal und wenn gleich außerordentlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und nicht zu Ändernde mit Gewalt zu setzen und das Übel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschehene auf die Gemüter der meisten eine unwiderstehliche Gewalt und was unmöglich schien, nimmt zugleich, als es geschehen ist, neben dem Gemeinensein Platz ein. Es war also bald ausgemacht, dass der Herr Melina die Tochter heiraten sollte. Dagegen sollte sie wegen ihrer Unart kein Heiratsgut mitnehmen und versprechen, das Vermächtnis einer Tante noch einige Jahre gegen geringe Interessen wie des Vaters händen zu lassen. Der zweite Punkt wegen einer bürgerlichen Versorgung fand schon größere Schwierigkeiten. Man wollte das ungeratene Kind nicht vor Augen sehen, man wollte die Verbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, sich durch die Gegenwart nicht beständig aufrücken lassen. Man konnte ebenso wenig hoffen, dass die fürstlichen Kollegien ihm eine Stelle anvertrauen würden. Beide Eltern waren gleich stark dagegen und Wilhelm, der sehr eifrig dafür sprach, weil er dem Menschen, den er gering schätzte, die Rückkehr auf das Theater nicht gönnte und überzeugt war, dass er eines solchen Glückes nicht wert sei, konnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichten. Hätte er die geheimen Triebfedern gekannt, so würde er sich die Mühe gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Vater, der seine Tochter gerne bei sich behalten hätte, hasste den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworfen hatte und diese konnte in ihrer Stieftochter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und so musste Melina wieder seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgendeiner Gesellschaft ein Unterkommen zu finden. 15. Kapitel Glückliche Jugend Glückliche Zeiten des ersten Liebesbedürfnisses Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Echo stundenlang ergötzt, die Unkosten des Gespräches allein trägt, und mit der Unterhaltung wohl zufrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Silben der ausgerufenen Worte wiederholt. So war Wilhelm in den früheren, besonders aber in den späteren Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichtum seines Gefühls auf sie hinübertrug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender ja allein reizend vorkommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch alles in seinen Augen verschönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte. Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Direktor erbeten hatte. Dann war freilich die perspektivische Magie verschwunden, aber die viel mächtigere, zaubereide Liebe fing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Qualm der Unschlittlampen einziehen, nach der Geliebten hinaus blicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Wonne verloren, dicht an dem Balken und Lattengerippe in einen paradiesischen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopften Lämmchen, die Wasserfälle von Zindel, die pappenden Rosenstöcke und die einseitigen Strohhütten erregten ihm liebliche, dichterische Bilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Nähe hässlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm nicht immer zuwider, weil sie auf einem Brette mit seiner viel Geliebten standen. Und so ist es gewiss, dass Liebe, welche Rosenlauben, Myrtenwäldchen und Mondschein erst beleben muss, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen anscheinend belebter Natur geben kann. Sie ist eine so starke Würze, dass selbst Schale und ekle Brühen davon schmackhaft werden. Solch einer Würze bedurft es freilich, um jenen Zustand leidlich ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube ja gelegentlich sie selbst antraf. In einem feinen Bürgerhause erzogen war Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er atmete, und indem er von seines Vaters Prunkliebe einen Teil geerbt hatte, wusste er in den Knabenjahren sein Zimmer, das er als ein kleines Reich ansah, stattlich auszustaffieren. Seine Bettvorhänge waren in große Falten aufgezogen und mit Quasten befestigt, wie man Thronen vorzustellen pflegt. Er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen Feinern auf den Tisch anzuschaffen gewusst, seine Bücher und Gerätschaften legte und stellte er fast mechanisch so, dass ein niederländischer Maler gute Gruppen zu seinem Stillleben hätte herausnehmen können. Eine weiße Mütze hatte er wie eine Turban zurechtgebunden und die Ärmel seine Schlafrocks nach orientalischem Kostüm kurz stutzen lassen. Doch gab er hiervon die Ursache an, dass die langen weiten Ärmel ihn im Schreiben hinderten. Wenn er abends ganz allein war und nicht mehr fürchten durfte, gestört zu werden, trug er gewöhnlich eine seidene Scherpe um den Leib und er soll manchmal einen Dolch, den er sich aus einer alten Rüstkammer zugeeignet, in den Gürtel gesteckt und so die ihm zugeteilten tragischen Rollen memoriert und probiert ja in eben dem Sinne sein Gebet kniend auf dem Teppich verrichtet haben. Wie glücklich pries er daher in früheren Zeiten den Schauspieler, den er im Besitz zu mancher majestätischen Kleider, Rüstungen und Waffen und in steter Übung eines edlen Betragens sah, dessen Geist an den Spiegel des herrlichsten und prächtigsten, was die Welt an Verhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht darzustellen schien. Ebenso dachte sich Willem auch das häusliche Leben eines Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die äußerste Spitze sei, etwa wie ein Silber, das vom Läuterfeuer lange herumgetrieben worden, endlich farbig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, dass das Metall nunmehr von allen fremden Zusätzen gereinigt sei. Wie sehr stutzte er daher anfangs, wenn er sich bei seiner Geliebten befand und durch den glücklichen Nebel, der ihn umgab, nebenaus auf Tische, Stühle und Boden sah. Die Trümmer eines augenblicklichen leichten und falschen Putzes lagen wie das glänzende Kleid eines abgeschubbten Fisches, zerstreut in wilder Unordnung durcheinander. Die Werkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Kämme, Seife, Tücher, waren mit den Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht versteckt, Musik, Rollen und Schuhe, Wäsche und italienische Blumen, Etuis, Haarnadeln, Schminktöpfchen und Bänder, Bücher und Strohhüte, keines verschmähte die Nachbarschaft des Anderen, alle waren durch ein gemeinschaftliches Element, durch Puder und Staub vereinigt. Jedoch, da Willem in ihrer Gegenwart wenig von allem anderen bemerkte, ja vielmehr ihm alles, was ihr gehörte, sie berührt hatte, lieb werden musste, so fand er zuletzt in dieser verworrenen Wirtschaft einen Reiz, den er in seiner stattlichen Prunkordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm, wenn er hier ihre Schnürbrust wegnahm, um zum Klavier zu kommen, dort ihre Röcke aufs Bette legte, um sich setzen zu können, wenn sie selbst mit unbefangener Freimütigkeit manches Natürliche, das man sonst gegen einen anderen aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte, es war ihm, sag ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblicke näher würde, als wenn eine Gemeinschaft zwischen ihnen durch unsichtbare Bande befestigt würde. Nicht ebenso leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig, müßig Gange schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu denken, über den poetischen Wert eines Stückes hörte er sie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urteilen. Es war immer nur die Frage, was wird das Stück machen? Ist es ein Zugstück? Wie lange wird es spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? Und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf den Direktor los, dass er mit der Gage zu karg und besonders gegen den einen und den anderen ungerecht sei, dann auf das Publikum, dass es mit seinem Beifall selten den rechten Mann belohne, dass das deutsche Theater sich täglich verbessere, dass der Schauspieler nach seinen Verdiensten immer mehr geehrt werde und nicht genug geehrt werden könne? Dann sprach man viel von Kaffeehäusern und Weingärten und was da selbst vorgefallen, wie viel irgendein Kamerad Schulden habe und den Abzug leiden müsse? Von Disproportion der wöchentlichen Gage von Kabalen einer Gegenpartei, wobei denn doch zuletzt die große und verdiente Aufmerksamkeit des Publikums wieder in Betracht kam und der Einfluss des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde. Alle diese Dinge, die Wilhelmin sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gedächtnis, als ihn sein Pferd langsam nach Hause trug und er die verschiedenen Vorfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgerfamilie ja in ein ganze Städtchen gekommen war, hat er mit Augen gesehen, die Szenen auf der Landstraße und dem Amtshause die Gesinnungen Melinas und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder da und brachten seinen lebhaften vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zuhält. Allein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Uneinnehmlichkeiten entgegen. Werner, sein Werner war einer von den Geprüften in ihrem Dasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Anlässen weder schnell noch sichtlich auflodern, auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwist, wodurch sich ihre Liebe aber nur desto fester knüpfte. Denn ungeachtet ihrer verschiedenen Denkungsart fand jeder seine Rechnung bei dem Anderen. Werner tat sich darauf etwas zugute, dass er dem vortrefflichen, obgleich gelegentlich ausschweifenden Geist Wilhelms mitunter Zügel und Gebiss anzulegen schien und Wilhelm fühlte oft einen herrlichen Triumph, wenn er seinen bedächtlichen Freund in warmer Auffallung mit sich fortnahm. So übte sich einer an dem Anderen, sie wurden gewohnt, sich täglich zu sehen und man hätte sagen sollen, das Verlangen, einander zu finden, sich miteinander zu besprechen, sei durch die Unmöglichkeit, einander verständlich zu werden, vermehrt worden. Im Grunde aber gingen sie doch, weil sie beide gute Menschen waren, nebeneinander, miteinander nach einem Ziel und konnten niemals begreifen, warum denn keiner den Anderen auf seine Gesinnung reduzieren könne. Werner bemerkte seit einiger Zeit, Wilhelms Besuche seltener wurden, dass er in Lieblingsmaterien kurz und zerstreut abbrach, dass er sich nicht mehr in lebhafte Ausbildung seltsamer Vorstellungen vertiefe, an welcher sich freilich ein freies in der Gegenwart des Freundes Ruhe und Zufriedenheit findendes Gemüt am sichersten erkennen lässt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte anfangs den Fehler in seinem eigenen Betragen, bis ihn einige Stadtgespräche auf die rechte Spur brachten und einige Unvorsichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewissheit näher führten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entdeckte gar bald, dass Wilhelm vor einiger Zeit eine Schauspielerin öffentlich besucht, mit ihr auf dem Theater gesprochen und sie nach Hause gebracht habe. Er wäre trostlos gewesen, wenn ihm auch die nächtlichen Zusammenkünfte bekannt geworden wären. Denn er hörte, dass Marianne ein verführerisches Mädchen sei, die seinen Freund wahrscheinlich ums Geld bringe und sich noch nebenher von dem unwürdigsten Liebhaber unterhalten lasse. Sobald er seinen Verdacht so viel möglich zur Gewissheit erhoben, beschloss er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Reise zurückkam. Werner trug ihm noch denselbigen Abend alles, was er wusste, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadenfreude so freigebig auszuspenden pflegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus, Wilhelm versetzte mit eniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit, Du kennst das Mädchen nicht. Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Vorteil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiss als meiner Liebe. Werner beharrte auf seiner Anklage und erbot sich zu beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie und entfernte sich von seinem Freunde verdrießlich unterschüttert wie einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schadhaften Festsitzenden Zahn gefasst und vergebens daran gerückt hatte. Höchst unbehaglich fand sich Wilhelm das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unfreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönheit wiederherzustellen, indem er nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hin halte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude, denn er war bei seiner Ankunft vorbeigeritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es lässt sich denken, dass alle Zweifel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloss sein ganzes Vertrauen wieder auf und er erzählte ihr, wie sehr sich das Publikum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündigte. Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft, deren Erinnerung eine der schönsten Unterhaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, dass man sie gar zu gerne in sein Gedächtnis zurückruft. Jeder Teil sucht einen Vorzug vor dem Anderen zu behalten. Er habe früher uneigennütziger geliebt und jedes wünscht in diesem Wettstreit lieber überwunden zu werden als zu überwinden. Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, dass sie bald seine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, dass ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gefesselt, wie er zuletzt nur die Stücke, in denen sie gespielt besucht habe, wie er endlich aufs Theater ohne von ihr bemerkt zu werden neben ihr gestanden habe. Dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abend, an dem er eine Gelegenheit gefunden, ihr eine Gefälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten. Marianne dagegen wollte nicht Wort haben, dass sie ihn so lange nicht bemerkt hätte. Sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben und bezeichnete ihm zum Beweis das Kleid, das er am selbigen Tage angehabt. Sie behauptete, dass er ihr damals vor allen anderen gefallen und dass sie seine Bekanntschaft gewünscht habe. Wie gern glaubte Wilhelm das alles, wie gern ließ er sich überreden, dass sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, dass sie absichtlich zwischen die Kulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen und dass sie zuletzt, da seine Zurückhaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben und ihm gleichsam genötigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen. Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle kleinen Umstände ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine ersten Vorsatz, sein Vorhaben unverzüglich ins Werk zu richten. 16. Kapitel Was zu seiner Abreise nötig war, hatten Vater und Mutter besorgt, nur einige Kleinigkeiten, die an der Äquipage fehlten, verzögerten seinen Aufbruch um einige Tage. Wilhelm benutzte diese Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgendermaßen lautete der Brief Unter der lieben Hülle der Nacht, die mich sonst in deinen Armen bedeckte, sitze ich und denke und schreibe an dich. Und was ich sinne und treibe, ist nur um deinet Willen. O Mariane, mir dem Glücklichsten unter den Männern ist es, wie einem Bräutigam der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den festlichen Teppichen steht und während der heiligen Zeremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheimnisreichen Vorhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegensäuselt. Ich habe über mich gewonnen, dich in einigen Tagen nicht zu sehen. Es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit dir zu sein, ganz der Deinige zu bleiben. Soll ich wiederholen, was ich wünsche? Und doch ist es nötig, denn es scheint, als habest du mich bisher nicht verstanden. Wie oft habe ich mit leisen Tönen der Treue, die, weil sie alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an deinem Herzen geforscht, nach dem Verlangen einer ewigen Verbindung. Verstanden hast du mich gewiss, denn in deinem Herzen muss eben der Wunsch keimen, vernommen hast du mich in jedem Kusse, in der anschmiegenden Ruhe jener glücklichen Abende. Da lernte ich deine Bescheidenheit kennen und wie vermehrte sich meine Liebe, wo eine andere sich künstlich betragen hätte, um durch überflüssigen Sonnenschein einen Entschluß in dem Herzen ihres Liebhabers zur Reife zu bringen, eine Erklärung hervorzulocken und ein Versprechen zu befestigen. Eben da ziehst du dich zurück, schließest die halb geöffnete Brust deines Geliebten wieder zu und suchst durch eine anscheinende Gleichgültigkeit deine Beistimmung zu verbergen. Aber ich verstehe dich. Welch ein Elender müsste ich sein, wenn ich an diesen Zeichen die reine uneigennützige nur für den Freund besorgte Liebe nicht erkennen wollte. Vertraue mir und sei ruhig. Wir gehören einander an und keins von beiden verlässt oder verliert etwas, wenn wir füreinander leben. Nimm sie hin, diese Hand, feierlich noch dies überflüssige Zeichen. Alle freudende Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligkeiten in den bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht wie, sorge nicht, das Schicksal sorgt für die Liebe und umso gewisser da Liebe genügsam ist. Mein Herz hat schon lange meine Eltern Haus verlassen. Es ist bei dir, wie mein Geist auf der Bühne schwebt. O meine Geliebte, ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu verbünden wie mir? Kein Schlaf kommt in meine Augen und wie eine ewige Morgenröte steigt deine Liebe und dein Glück vor mir auf und ab. Kaum, dass ich mich halte, nicht auffahre, zu dir hinrenne und mir deine Einwilligung erzwinge und gleich morgen früh weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. Nein, ich will mich bezwingen. Ich will nicht unbesonnen törichte, verwegene Schritte tun. Mein Plan ist entworfen und ich will ihn ruhig ausführen. Ich bin mit Direktor Serlo bekannt. Meine Reise geht gerade zu ihm. Er hat vor einem Jahr oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewünscht und ich werde ihm gewiss willkommen sein, denn bei Eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten. Auch spielt Serlo so weit von hier, dass ich anfangs meinen Schritt verbergen kann. Einen leidlichen Unterhalt finde ich da gleich. Ich sehe mich in dem Publikum, lerne die Gesellschaft kennen und hole dich nach. Marianne, du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um dich gewiss zu haben, denn dich so lange nicht zu sehen, dich in der weiten Welt zu wissen, recht lebhaft darf ich mir es nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder deine Liebe vorstelle, die mich vor allem sichert, wenn du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden und du mir deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so Himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen geht es leicht und heimlich an. Für den Anfang habe ich Geld genug, wir wollen teilen, es wird für uns beide hinreichen, ehe das verzehrt ist, wird der Himmel weiterhelfen. Ja, Liebste, es ist mir gar nicht bange, was mit so viel Fröhlichkeit begonnen wird, muss ein glückliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweifelt, dass man sein Fortkommen in der Welt finden könne, wenn es einem ernst ist, und ich fühle Mut genug für zwei, ja für mehrere, einen reichlichen Unterhalt zu gewinnen. Die Welt ist undankbar, sagen viele. Ich habe noch nicht gefunden, dass sie undankbar sei, wenn man auf die rechte Art etwas für sie zu tun weiß. Mir glüht die ganze Seele bei dem Gedanken endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das Herz hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ist es freilich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters so eingenommen bin, bang durch die Seele gegangen, wenn ich die Elendesten gesehen habe, sich einbilden, sie könnten uns ein großes, treffliches Wort ans Herz reden. Ein Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, klingt viel besser und reiner, es ist unerhört, wie sich diese Burschen in ihrer groben Ungeschicklichkeit versündigen. Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt, sie sollten dünkt mich nicht miteinander hadern, wie sehr wäre zu wünschen, dass an beiden Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht würden. Es sind keine Träume, meine Liebste, wie ich an deinem Herzen habe fühlen können, dass du in Liebe bist, so ergreife ich auch den glänzenden Gedanken und sage, ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, dass wir einst als ein paar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen aufzuschließen, ihre Gemüter zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiss mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen. Ich kann nicht schließen, ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich dir schon alles gesagt habe, alles, was dich denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte vermögend auszudrücken. Nimm dieses Blatt indes, meine Liebe, ich habe es wieder durchgelesen und finde, dass ich von vorne anfangen sollte. Doch enthält es alles, was du zu wissen nötig hast, was dir Vorbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichkeit der süßen Liebe an deinen Busen zurückkehre. Ich komme mir vor wie ein Gefangener, der in einem Kerker lauschend seine Fesseln abfeilt. Ich sage gute Nacht meinen sorglos schlafenden Eltern. Liebe wohl, Geliebte, liebe wohl. Für diesmal schließe ich. Die Augen sind mir zwei, dreimal zugefallen. Es ist schon tief in der Nacht. Siebzehntes Kapitel Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm seinen Brief schön gefaltet in der Tasche sich zu Marianen hin sehnte. Auch war es kaum düster geworden, als er sich wieder seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Plan war, sich auf die Nacht anzumelden, seine Geliebte auf kurze Zeit wieder zu verlassen, ihr, ehe er wegginge, den Brief in die Hand zu drücken und bei seiner Rückkehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Einwilligung zu erhalten oder durch die Macht seiner Liebkosungen zu erzwingen. Er flog in ihre Arme und konnte sich an ihrem Busen kaum wieder fassen. Die Lebhaftigkeit seiner Empfindungen verbarg ihm anfangs, dass sie nicht wie sonst mit Herzlichkeit antwortete. Doch konnte sie einen ängstlichen Zustand nicht lange verbergen. Sie schützte eine Krankheit, eine Unpässlichkeit vor. Sie beklagte sich über Kopfweh, sie wollte sich auf den Vorschlag, dass er heute Nacht wiederkommen wolle, nicht einlassen. Er ahnte nichts Böses, drang nicht weiter in sie, fühlte aber, dass es nicht die Stunde sei, ihr seinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei sich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Reden ihn auf eine höfliche Weise wegzugehen nötigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, steckte es in die Tasche und verließ widerwillend ihre Lippen und ihre Tür. Er schlich nach Hause, konnte aber auch da nicht lange bleiben, kleidete sich um und suchte wieder die freie Luft. Als er einige Straßen auf und abgegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthofe fragte. Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen, der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Besitzern verschiedener großer Gebäude, vor denen sie vorbeigingen, so dann nach einigen Polizeieinrichtungen der Stadt und sie waren in einem ganz interessanten Gespräch begriffen, als sie am Tor des Wirtshauses ankamen. Der Fremde nötigte, seinen Führer hineinzutreten und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken. Zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, untersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg ebenso wenig seinen Namen als seine Wohnung. Sind Sie nicht ein Enkel des alten Meisters, der die schöne Kunstsammlung besaß? fragte der Fremde. Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als der Großvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, diese schönen Sachen verkaufen zu sehen. Ihr Vater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten. Sie wissen also davon? Oh ja, ich habe diesen Schatz noch in ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht bloß ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst. Er war in einer früheren glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schätze von dort zurückgebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß treffliche Gemälde von den besten Meistern. Man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah. Unter seinen Marmoren waren einige unschätzbare Fragmente. Von Bronzen besaß er eine sehr instruktive Suite. So hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zweckmäßig gesammelt. Seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob. Auch war das Ganze gut aufgestellt, wenngleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren. Sie können denken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen heruntergenommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten und die wir ebenso unveränderlich hielten als gab ihr Vater das gelöste Kapital in die Handlung eines Nachbarn, mit dem er eine Art Gesellschaftshandel einging. Ganz richtig, und ihre gesellschaftlichen Spekulationen sind ihnen wohl geglückt. Sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Vermögen sehr vermehrt und sind beide nur desto heftiger auf den Erwerb gestellt. Auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besser zu diesem Handwerker schickt als ich. Es tut mir leid, dass dieser Ort eine solche Zierde verloren hat, als das Kabinett ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, dass der Kauf zustande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urteil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rat. Sechs Tage besah ich das Kabinett und am siebten riet ich meinem Freunde die ganze geforderte Summe, ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als munterer Knabe oft um mich herum, sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälde und wussten überhaupt, das Kabinett recht gut auszulegen. Ich erinnere mich einer solchen Person, aber in ihnen hätte ich sie nicht wiedererkannt. Es ist doch schon eine geraume Zeit und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild darunter, von dem sie mich gar nicht weglassen wollten. Ganz richtig, er stellte die Geschichte vor, wie der kranke Königssohn sich über die Braut seines Vaters in Liebe verzehrt. Es war eben nicht das beste Gemälde, nicht gut zusammengesetzt, von keiner sonderlichen Farbe und die Ausführung durchaus manieriert. Das verstand ich nicht und verstehe es noch nicht. Der Gegenstand ist es, der mich an einem Gemälde reizt, nicht die Kunst. Da schien ihr Großvater anders zu denken, denn der größte Teil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Verdienst ihres Meisters bewunderte. Sie mochten vorstellen, was sie wollten. Auch hing dieses Bild in dem äußersten Vorsaale zum Zeichen, dass er es wenig schätzte. Das war's eben, wo wir Kinder immer spielen durften und wo dieses Bild einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte, den mir selbst ihre Kritik, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jetzt vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammerte mich noch ein Jüngling, der die süßen Triebe, das schönste Erbteil, das uns die Natur gab, in sich verschließen und das Feuer, das ihn und andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verbergen muss, so dass sein Innerstes unter ungeheuren Schmerzen verzehrt wird. Wie bedauere ich die Unglückliche, die sich einem Anderen widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigeren Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gefunden hat. Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entfernt, unter denen ein Kunstliebhaber die Werke großer Meister anzusehen pflegt. Wahrscheinlich würde ihnen aber, wenn das Kabinett ein Eigentum ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen seien, so dass sie nicht immer nur sich selbst und ihre Neigung in den Kunstwerken gesehen hätten. Gewiss hat mir der Verkauf des Kabinetts gleich sehr leid und ich habe es auch in reiferen Jahren öfters vermisst. Wenn ich aber bedenke, dass es gleichsam so sein musste, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je getan hätten, so bescheide ich mich dann gern und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines jeden Bestes einzuleiten weiß. Leider höre ich schon wieder das Wort Schicksal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Neigungen den Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt. So glauben sie kein Schicksal, keine Macht, die über uns waltet und alles zu unserem Besten lenkt? Es ist hier die Rede nicht, von meinem Glauben noch der Ort auszulegen, wie ich mir die Dinge, die uns allen unbegreiflich sind, einigermaßen denkbar zu machen suche. Hier ist nur die Frage, welche Vorstellungsart zu unserem Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet. Die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen. Sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Daseins. Das Zufällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nutzen und nur indem sie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden. Wer dem, der sich von Jugend auf gewöhnt, in dem Notwendigen etwas Willkürliches finden zu wollen, der dem Zufälligen eine Art von Vernunft zuschreiben möchte, welcher zu folgen sogar eine Religion sei. Heißt das etwas weiter als seinem eigenen Verstande entsagen und seine Neigungen unbedingten Raum geben? Wir bilden uns ein, fromm zu sein, indem wir ohne Überlegung in Schlendern uns durch angenehme Zufälle determinieren lassen und endlich dem Resultat eines solchen schwankenden Lebens den Namen einer göttlichen Führung geben. Waren sie niemals in dem Falle, dass ein kleiner Umstand sie veranlasste, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit ihnen entgegenkam und eine Reihe von unerwarteten Vorfällen sie endlich ans Ziel brachte, das sie selbst noch kaum ins Auge gefasst hatten? Sollte das nicht Ergebenheit in das Schicksal Zutrauen zu einer solchen Leitung einflüssen? Mit diesen Gesinnungen könnte kein Mädchen ihre Tugend niemand sein Geld im Beutel behalten, denn es gibt Anlässe genug, beides loszuwerden. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und anderen Nütze ist und seine Willkür zu beschränken arbeitet. Jeder hat sein Eigenglück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen. Nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren. Sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein. Dieses und mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt. Endlich trennten sie sich, ohne dass sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den folgenden Tag einen Ort der Zusammenkunft. Willem ging noch einige Straßen auf und nieder. Er hörte Klarinetten, Waldhörner und Fagotte. Es schwoll sein Busen. Durchreißende Spielleute machten eine angenehme Nachtmusik. Er sprach mit Geld folgten sie ihm zu Marianens Wohnung. Hohe Bäume zierten den Platz vor ihrem Haus, darunter stellte er seine Sänger. Er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entfernung und überließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt war ihm sein Dasein wie ein goldener Traum. Sie hört auch diese flöten, sagte er in seinem Herzen. Sie fühlt, wessen Andenken, wessen Liebe die Nacht wohlklingend macht. Auch in der Entfernung sind wir durch diese Melodien zusammengebunden, wie in jeder Entfernung durch die feinste Stimmung der Liebe. Ach, zwei lebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren, was in der einen sich regt, muss auch die andere mitbewegen, denn es ist nur eins, was in beiden wirkt, eine Kraft, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Möglichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? Und doch, ich werde fern von ihr sein, werde einen Heilort für unsere Liebe suchen und werde sie immer mit mir haben. Wie oft ist mir es geschehen, dass ich abwesend von ihr in Gedanken an sie verloren ein Buch, ein Kleid oder sonst etwas berührte und glaubte, ihre Hand zu fühlen, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umkleidet und jener Augenblicke mich zu erinnern, wie das Licht des Tages, wie das Auge des kalten Zuschauers fliehen, die zu genießen, Götter den schmerzlosen Zustand der reinen Seligkeit zu verlassen, sich entschließen dürften, mich zu erinnern, als wenn man den Rausch des Taumelkelchs in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Sinne von himmlischen Banden umstrickt, was aller ihrer Fassung reißt, und ihre Gestalt Er verlor sich im Andenken an sie, seine Ruhe ging in Verlangen über. Er umfasste einen Baum, kühlte seine heiße Wange an der Rinde und die Winde der Nacht saugten begierig den Hauch auf, der aus dem reinen Busen bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen hatte, es war vergessen, es steckte im vorigen Kleide, seine Lippen lechzten, seine Glieder zitterten vor Verlangen. Die Musik hörte auf, und es war ihm als wäre er aus dem Elemente gefallen, in dem seine Empfindungen bisher emporgetragen wurden. Seine Unruhe vermehrte sich, da seine Gefühle nicht mehr von den sanften Tönen genährt und gelindert wurden, er setzte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt, er küßte den messigenen Ring, womit man an ihre Türe pochte, er küßte die Schwelle, über die ihre Füße aus- und eingingen und erwärmte sie durch das Feuer seiner Brust. Dann saß er wieder eine Weile still und dachte sie hinter ihren Vorhängen im weißen Nachtkleide mit dem roten Band um den Kopf in süßer Ruhe und dachte sich selbst so nahe zu ihr hin, dass ihm vorkam, sie müsste nun von ihm träumen. Seine Gedanken waren lieblich wie die Geister der Dämmerung, Ruhe und Verlangen wechselten in ihm, die Liebe lief mit schaudernder Hand tausendfältig über alle Seiten seiner Seele. Es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm Stille stünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen. Hätte er den Hauptschlüssel bei sich gehabt, der ihm sonst Marianens Tür öffnete, er würde sich nicht gehalten haben, würde ins Heiligtum der Liebe eingedrungen sein. Doch er entfernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen in, wollte nach Hause und ward immer wieder umgewendet. Endlich, als er sich vermochte, ging und an der Ecke noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Tür sich öffnete und eine dunkle Gestalt sich herausbewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und ehe er sich fasste und recht aufsah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloren. Nur ganz weit glaubte er sie wieder, an einem weißen Hause vorbeistreifen zu sehen. Er stund und blinzte und er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollte er ihm folgen? Welche Straße hatte den Menschen aufgenommen, wenn es einer war? Wie einer, dem der Blitz die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten den Zusammenhang der Pfade in der Finsternis vergebens sucht, so war es vor seinen Augen, so war es in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht das ungeheure Schrecken erzeugt, in folgenden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird und die fürchterliche Erscheinung Zweifel ohne Ende in der Seele zurücklässt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er an einen Eckstein gelehnt, die Helle des Morgens und das Geschrei der Hähne nicht achtete, bis die frühen Gewerbe lebendig zu werden anfingen und ihn nach Hause trieben. Er hatte, wie er zurückkam, das unerwartete Blendwerk mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben, doch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jetzt auch nur wie an eine Erscheinung zurückdachte, war auch dahin. Sein Herz zuletzen, ein Siegel zu seinem wiederkehrenden Lauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Rauschen eines Zettels, der herausfiel, zog ihm das Tuch von den Lippen, er hob auf und las. So hab ich dich lieb, kleiner Narre, was war dir auch gestern, heute Nacht komm ich zu dir, ich glaube wohl, dass dir's leidtut, von hier wegzugehen, aber habe Geduld, auf die Messe komm ich dir nach, höre, du mir nicht wieder die schwarz-grün-braune Jacke an, du siehst drin aus wie die Hexe von Endor, hab ich dir nicht das weiße Negligé darum geschickt, dass ich ein weißes Schäfchen in meinen Armen haben will, schick mir deine Zettel immer durch die alte Sibylle, die hat der Teufel selbst zur Iris bestellt. Zweites Buch Erstes Kapitel Jeder, der mit lebhaften Kräften vor unseren Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unsere Teilnahme versprechen. Sobald aber die Sache entschieden ist, wenden wir unser Auge sogleich von ihm weg, alles, was geendigt, was abgetan da liegt, kann unsere Aufmerksamkeit keinesfalls fesseln, besonders, wenn wir schon früh der Unternehmung einen üblen Ausgang prophezeit haben. Deswegen sollen unsere Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Not unseres verunglückten Freundes in ihr geriet, als er seine Hoffnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden, wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Tätigkeit und Genuss zu finden hoffen. Wenn wir vorher nur kürzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nötig ist, vorgetragen haben. Die Pest oder ein böses Fieber rasen in einem gesunden, vollsaftigen Körper, den sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward der arme Wilhelm unvermutet von einem unglücklichen Schicksale überwältigt, das in einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüstung ein Feuerwerk in Brand gerät und die künstlich gebohrten und gefüllten Hülsen, die nach einem gewissen Plane geordnet und abgebrannt prächtig abwechselnde Feuerbilder in die Luft zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durcheinander zischen und sausen, so gingen auch jetzt in seinem Busen Glück und Hoffnung, Wolllust und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durcheinander. In solchen wüsten Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt. Und dem, den es trifft, ist es eine Wohltat, dass ihn die Sinne verlassen. Tage des lauten ewig wiederkehrenden und mit Vorsatz erneuerten Schmerzes folgten darauf. Doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren. Seine Schmerzen waren unermüdet. Erneuerte Versuche, das Glück, das ihm aus der Seele entfloh, noch festzuhalten, die Möglichkeit desselben in der Vorstellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschaffen, wie man einen Körper, solange die Verwesung dauert, nicht ganz tot nennen kann, solange die Kräfte, die vergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken zu wirken an der Zerstörung der Teile, die sie sonst belebten, sich abarbeiten, nur dann, wenn sich alles aneinander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Staub zerlegt sehen, dann entsteht das erbärmliche, leere Gefühl des Todes in uns, nur durch den Atem des ewig Lebenden zu erquicken. In einem so neuen, ganzen lieblichen Gemüte war viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertöten, und die schnell heilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzens neue Nahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Wurzel getroffen. Werner, aus Not sein Vertrauter, griff voll Eifer zu Feuer und Schwert, um einer verhassten Leidenschaft, dem Ungeheuer ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugnis so bei der Hand und wie viel Geschichten und Erzählungen wußte er nicht zu nutzen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt ließ dem Freunde nicht das Labsaal des mindesten augenblicklichen betrug 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 vertrat ihm jeden Schlupf Winkel in welchen er sich vor der Verzweiflung hätte retten können dass die Natur die ihren Liebling nicht wollte zugrunde gehen lassen ihn mit Krankheit anfiel um ihm von der anderen Seite Luft zu machen Ein lebhaftes Fieber mit seinem Gefolge den Arzneien der Überspannung und der Mattigkeit dabei die Bemühungen der Familie die Liebe der Mitgeborenen die durch Mangel und Bedürfnisse sich erst recht fühlbar macht waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes und eine kümmerliche Unterhaltung erst als er wieder besser wurde das heißt als seine Kräfte wieder kamen sah Wilhelm mit Entsetzen in den qualvollen Abgrund eines dürren Elendes hinab wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Vulkans hinunterblickt Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Vorwürfe dass er nach so großem Verlust noch einen schmerzenlosen ruhigen gleichgültigen Augenblick haben könne Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsaal des Jammers unter Tränen Um diese wieder in sich zu erwecken brachte er vor sein Andenken alle Szenen des vergangenen Glücks Mit der größten Lebhaftigkeit malte er sie sich aus strebte wieder in sie hinein und wenn er sich zur möglichsten Höhe hinauf gearbeitet hatte wenn ihm der Sonnenschein voriger Tage wieder die Glieder zu beleben den Busen zu heben schien sah er rückwärts auf den schrecklichen Abgrund labte sein Auge an der zerschmetternden Tiefe warf sich hinunter und erzwang von der Natur die bittersten Schmerzen Mit so wiederholter Grausamkeit zerriss er sich selbst Denn die Jugend die so reich an eingehüllten Kräften ist weiß nicht was sie verschleudert wenn sie dem Schmerz den ein Verlust erregt noch so viele erzwungene Leiden zugesellt als wollte sie dem Verlorenen dadurch noch erst einen rechten Wert geben Auch war er so überzeugt dass dieser Verlust der Einzige der Erste und Letzte sei den er in seinem Leben empfinden könne dass er jeden Trost verabscheute der ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm Zweites Kapitel Gewöhnt auf diese Weise sich selbst zu quälen griff er nun auch das Übrige was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Freuden und Hoffnung gegeben hatte sein Talent als Dichter und Schauspieler mit hämischer Kritik von allen Seiten an Er sah an sein Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahmung einiger hergebrachten Formen ohne inneren Wert Er Er wollte Er wollte Er wollte darin nur steife Schulexerzitien erkennen denen es an jedem Funken von Naturell Wahrheit und Begeisterung fehle In seinen Gedichten fand er nur ein monotones Silbenmaß in welchem durch einen armseligen Reim zusammengehalten ganz gemeine Gedanken und Empfindungen sich hinschleppten und so benahm er sich auch jede Aussicht jede Lust die ihn von dieser Seite noch allenfalls hätten wieder aufrichten können Seinem Schauspielertalent ging es nicht besser Er schallte sich dass er nicht früher die Eitelkeit entdeckte die allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen Seine Figur sein Gang seine Bewegung und Deklamation mussten herhalten Er sprach sich jede Art von Vorzug jedes Verdienst das ihn über das Gemeine Empor gehoben hätte entscheidend ab und vermehrte seine stumme Verzweiflung dadurch auf den höchsten Grad Denn wenn es hart ist der Liebe eines Weibes zu entsagen so ist die Empfindung nicht weniger schmerzlich von dem Umgang in der Musen sich los zu reißen sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären und auf den schönsten und nächsten Beifall der unserer Person unserem Betragen unserer Stimme öffentlich gegeben wird Verzicht zu tun So hatte sich denn unser Freund völlig resigniert und sich zugleich mit großem Eifer den Handelsgeschäften gewidmet Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zufriedenheit seines Vaters war niemand auf dem Comptoir und der Börse im Laden und Gewölbe tätiger als er Korrespondenz und Rechnungen und was ihm aufgetragen wurde besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Eifer freilich nicht mit dem Heitern Fleiße der zugleich dem geschäftigen Belohnung ist wenn wir dasjenige wozu wir geboren sind mit Ordnung und Folge verrichten sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht der den besten Vorsatz zum Grunde hat der durch Überzeugung genährt und durch ein inneres Selbstgefühl belohnt wird der aber doch oft selbst dann wenn ihm das schönste Bewusstsein die Krone reicht einen vordringenden Seufzer kaum zu ersticken vermag Auf diese Weise hatte Wilhelm eine Zeitlang sehr emsig fortgelebt und sich überzeugt dass sie eine harte Prüfung vom Schicksal zu seinem Besten veranstaltet worden Er war froh auf dem Wege des Lebens sich bei Zeiten obgleich unfreundlich genug gewarnt zu sehen anstatt dass andere später und schwerer die Missgriffe büßen wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange als er kann den Toren den er im Busen hegt zu verabschieden einen Hauptirrtum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen die ihn zur Verzweiflung bringt So entschlossen er war seinen liebsten Vorstellungen zu entsagen so war doch einige Zeit nötig um ihn von seinem Unglücke völlig zu überzeugen Endlich aber hatte er jede Hoffnung der Liebe des poetischen Hervorbringens und der persönlichen Darstellung mit triftigen Gründen so ganz in sich vernichtet dass er Mut fasste alle Spuren seiner Torheit alles was ihn irgend noch daran erinnern könnte völlig auszulöschen er hatte daher an einem kühlen Abend ein Kaminfeuer angezündet und holte ein Reliquien Kästchen hervor in welchem sich hunderterlei Kleinigkeiten befanden die er in bedeutenden Augenblicken von Marianen erhalten oder derselben geraubt hatte jede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit da sie noch frisch in ihren Haaren blühte jedes Zettelchen an die glückliche Stunde wozu sie ihn dadurch einlud jede Schleife an den lieblichen Ruheplatz seines Hauptes ihren schönen Busen musste nicht auf diese Weise jede Empfindung die er schon lange getötet glaubte sich wieder zu bewegen anfangen musste nicht die Leidenschaft über die er abgeschieden von seiner geliebten Herr geworden war in der Gegenwart dieser Kleinigkeiten wieder mächtig werden denn wir merken erst wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ist wenn ein einziger durchdringender Sonnenblick uns den aufmunternden Glanz einer heiteren Stunde darstellt Nicht ohne Bewegung sah er daher diese so lange bewahrten Heiligtümer nacheinander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen Einige Male hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Perlenschnur und ein florenes Halstuch übrig als er sich entschloss mit den dichterischen Versuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder aufzufrischen Bis jetzt hat er alles sorgfältig aufgehoben was ihm von der frühsten Entwicklung seines Geistes an aus der Feder geflossen war noch lagen seine Schriften in Bündel gebunden auf dem Boden des Koffers wohin er sie gepackt hatte als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte wie ganz anders eröffnete er sie jetzt als er sie damals zusammen band Wenn wir einen Brief den wir unter gewissen Umständen geschrieben und gesiegelt haben der aber den Freund an den er gerichtet war nicht antrifft sondern wieder zu uns zurückgebracht wird nach einiger Zeit eröffnen überfällt uns eine sonderbare Empfindung indem wir unser eigenes Siegel erbrechen und uns mit unserem veränderten Selbst wie mit einer dritten Person unterhalten Ein ähnliches Gefühl ergriff mit Heftigkeit unseren Freund als er das erste Paket öffnete und die zerteilten Hefte ins Feuer warf die eben gewaltsam aufloderten als Werner hereintrat sich über die lebhafte Flamme verwunderte und fragte was hier vorgehe Ich gebe einen Beweis sagte Wilhelm dass es mir ernst sei ein Handwerk aufzugeben wozu ich nicht geboren ward und mit diesen Worten warf er das zweite Paket in das Feuer Werner wollte ihn abhalten allein es war geschehen Ich sehe nicht ein wie du zu diesem Extrem kommst sagte dieser Warum sollen denn nun diese Arbeiten wenn sie nicht vortrefflich sind gar vernichtet werden weil ein Gedicht entweder vortrefflich sein oder gar nicht existieren soll weil jeder der keine Anlage hat das Beste zu leisten sich der Kunst enthalten und sich vor jeder Verführung dazu ernstlich in Acht nehmen sollte denn freilich regt sich in jedem Menschen ein gewisses unbestimmtes Verlangen das jenige was er sieht nachzuahmen aber dieses Verlangen beweist gar nicht dass auch die Kraft in uns wohne mit dem was wir unternehmen zustande zu kommen sieh nur die Knaben an wie sie jedes mal so oft Seiltänzer in der Stadt gewesen auf allen Planken und Balken hin und wieder gehen und balancieren bis ein anderer Reiz sie wieder zu einem ähnlichen Spiele hinzieht hast du es nicht in dem Zirkel unserer Freunde bemerkt so oft sich ein Virtuose hören lässt finden sich immer einige die sogleich dasselbe Instrument zu lernen anfangen wie viele irren auf diesem Weg herum glücklich wer den Fehlschluss von seinen Wünschen auf seine Kräfte bald gewahr wird Werner widersprach die Unterredung ward lebhaft und Wilhelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente mit denen er sich selbst so oft gequält hatte gegen seinen Freund wiederholen Werner behauptete es sei nicht vernünftig ein Talent zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe deswegen weil man es niemals in der größten Vollkommenheit ausüben werde ganz aufzugeben es finde sich ja so manche leere Zeit die man dadurch ausfüllen und nach und nach etwas hervorbringen könne wodurch wir uns und anderen ein Vergnügen bereiten unser Freund der hierin ganz anderer Meinung war fiel ihm sogleich ein und sagte mit großer Lebhaftigkeit wie sehr irrst du lieber Freund wenn du glaubst dass ein Werk dessen erste Vorstellung die ganze Seele füllen muss in ununterbrochenen zusammengegeizten Stunden könne hervorgebracht werden nein der Dichter muss ganz sich ganz in seinen geliebten Gegenständen Leben er der vom Himmel innerlich auf das köstlichste begabt ist der einen sich immer selbst vermehrenden Schatz im Busen bewahrt er muss auch von außen ungestört mit seinen Schätzen in der stillen Glückseligkeit leben die ein reicher vergebens mit aufgehäuften Gütern um sich hervorzubringen sucht sieh die Menschen an wie sie nach Glück und Vergnügen rennen ihre Wünsche ihre Mühe ihr Geld jagen rastlos und wonach nach dem was der Dichter von der Natur erhalten hat nach dem Genuss der Welt nach dem Mitgefühl seiner selbst in anderen nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen oft unvereinbaren Dingen was beunruhigt die Menschen als dass sie ihre Begriffe nicht mit den Sachen verbinden können dass der Genuss sich ihnen unter den Händen Weg stiehlt dass das Gewünschte zu spät kommt und das alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht die Wirkung tut welche die Begierde uns in der Ferne ahnen lässt gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dieses alles hinüber gesetzt er sieht das Gewirre der Leidenschaften Familien und Reiche sich zwecklos bewegen er sieht die unauflöslichen Rätsel der Missverständnisse denen oft nur ein einsilbiges Wort zur Entwicklung fehlt unsäglich verderbliche Verwirrungen verursachen er fühlt das Traurige und das Freudige jedes Menschenschicksals mit wenn der Weltmensch in einer abzehrenden Melancholie über großen Verlust seine Tage hinschleicht oder in ausgelassener Freude seinem Schicksale entgegen geht so schreitet die empfängliche leicht bewegliche Seele des Dichters wie die wandelnde Sonne von Nacht zu Tag fort und mit leisen Übergängen stimmt seine Harfe zu Freude und Leid eingeboren auf dem Grund seines Herzens wächst die schöne Blume der Weisheit hervor und wenn die anderen wachen träumen und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen geängstigt werden so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender und das seltenste was geschieht ist ihm zugleich Vergangenheit und Zukunft und so ist der Dichter zugleich Lehrer Wahrsager Freund der Götter und der Menschen Wie Willst du dass er zu einem kümmerlichen Gewerbe heruntersteige Erde wie ein Vogel gebaut ist um die Welt zu überschweben auf hohen Gipfeln zu nisten und seine Nahrung von Knospen und Früchten einen Zweig mit dem anderen leicht verwechselnd zu nehmen er sollte zugleich wie der Stier am Pfluge ziehen wie der Hund sich auf eine Fährte gewöhnen oder vielleicht gar an die Kette geschlossen einen Meierhof durch sein Bellen sichern Werner hatte wie man sich denken kann mit Verwunderung zugehört wenn nur auch die Menschen fiel er ihm ein wie die Vögel gemacht wären und ohne dass sie Spinnen und Weben holzselige Tage in beständigem Genuss zubringen könnten wenn sie nur auch bei Ankunft des Winters sich so leicht in ferne Gegnen begeben dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froster zu sichern So haben die Dichter in Zeiten gelebt wo das ehrwürdige Meer erkannt ward rief Willem aus und so sollten sie immer leben genugsam in ihrem innersten ausgestattet bedurften sie wenig von außen die Gabe schöne Empfindungen herrliche Bilder den Menschen in Süßen sich an jeden Gegenstand anschmiegenden Worten und Melodien mitzuteilen bezauberte von jeher die Welt und war für den Begabten ein reichliches Erbteil An an der Könige Höfen an den Tischen der Reichen vor den Türen der Verliebten horchte man auf sie indem sich das Ohr und die Seele für alles andere verschloss wie man sich selig preist und entzückt stille steht wenn aus den Gebüschen durch die man wandelt die Stimme der Nachtigall gewaltig rührend hervordringt sie fanden eine gastfreie Welt und ihr niedrig scheinender Stand erhöhte sie nur desto mehr der Held lauschte ihren Gesängen und der Überwinder der Welt huldigte einem Dichter weil er fühlte dass ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorüberfahren würde der Liebende wünschte sein Verlangen und sein Genuss so tausendfach und so harmonisch zu fühlen als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand und selbst der Reiche konnte seine Besitztümer seine Abgötter nicht mit eigenen Augen so kostbar sehen als sie ihm vom Glanz des allen wertfühlenden und erhöhten Geistes beleuchtet erschienen ja wer hat wenn du willst Götter gebildet uns zu ihnen erhoben sie zu uns herniedergebrat als der Dichter Mein Freund versetzte Werner nach einigem Nachdenken ich habe schon oft bedauert dass du das was du so lebhaft fühlst mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen strebst ich müsste mich sehr irren wenn du nicht besser tätest dir selbst einigermaßen nachzugeben als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben und dir mit der einen unschuldigen Freude den Genuss aller übrigen zu entziehen darf ich dir es gestehen mein Freund versetzte der andere und wirst du mich nicht lächerlich finden wenn ich dir bekenne dass jene Bilder mich noch immer verfolgen so sehr ich sie fliehe und dass wenn ich mein Herz untersuche alle frühen Wünsche fest ja noch fester als sonst drin haften doch was bleibt mir unglücklich im gegenwärtig übrig ach wer mir voraus gesagt hätte dass die Arme meines Geistes so bald zerschmettert werden sollten mit denen ich ins unendliche geriff mit denen ich doch gewiss ein großes zu umfassen hoffte wer mir das vorausgesagt hätte würde mich zur verzweiflung gewahrt haben und noch jetzt da das gericht über mich ergangen ist jetzt da ich die verloren habe die anstatt einer gott 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 zu meinen wünschen hin über führen sollte was bleibt mir übrig als mich den bittersten schmerzen zu überlassen oh mein bruder fuhr er fort ich leugne nicht sie war mir bei meinen heimlichen anschlägen der kloben an denen eine strickleiter befestigt ist gefährlich hoffend schwebt der abenteurer in der luft das eisen bricht und er liegt zerschmettert am fuße seiner wünsche es ist auch nun für mich kein trost keine hoffnung mehr ich werde rief er aus indem er aufsprang von diesen unglückseligen papieren keines übrig lassen er fasste abermals ein paar Hefte an riss sie ins Feuer Werner wollte ihn abhalten aber vergebens lass mich rief Wilhelm was sollen diese elenden blätter für mich sind sie weder stufe noch aufmunterung mehr sollen sie übrig bleiben um mich bis ans ende meines Lebens zu peinigen sollen sie vielleicht einmal der Welt zum gespötter dienen anstatt mitleiden und Schauer zu erregen weh über mich und über mein Schicksal nun verstehe ich erst die Klagen der Dichter der aus Not Weise gewordenen Traurigen wie lange hielt ich mich für unzerstörbar für unverwundlich und ach nun sehe ich dass ein tiefer früher Schade nicht wieder auswachsen sich nicht wieder herstellen kann ich fühle dass ich ihn mit ins Grab nehmen muss nein keinen Tag des Lebens soll der Schmerz von mir weichen der mich noch zuletzt umringt und auch ihr Andenken soll bei mir bleiben mit mir leben und sterben das Andenken der Unwürdigen ach mein Freund wenn ich von Herzen reden soll der gewiss nicht ganz Unwürdigen ihr Stand ihr Schicksale haben sie tausendmal bei mir entschuldigt ich bin zu grausam gewesen du hast mich in deine Kälte in deine Härte unbarmherzig eingeweiht meine zerröteten Sinne gefangen gehalten und mich verhindert das für sie und für mich zu tun was ich uns beiden schuldig war wer weiß in welchen Zustand ich sie versetzt habe und erst nach und nach fällt mir es aufs Gewissen in welcher Verzweiflung in welcher Hilflosigkeit ich wieviel Missverständnisse können die Welt verwirren wieviel Umstände können dem größten Fehler Vergebung erflehen wie oft denke ich mir sie in der Stille für sich sitzend auf ihren Ellenbogen gestützt das ist sagt sie die Treue die Liebe die er mir zuschwur mit diesem unsanften Schlag das schöne Leben zu endigen das uns verbannt er brach in einen Strom von Tränen aus indem er sich mit dem Gesicht auf den Tisch warf und die übrig gebliebenen Papiere benetzte Werner stand in der größten Verlegenheit dabei er hatte dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht vermutet etliche Male wollte er seinem Freund in die Rede fallen etliche Male das Gespräch woanders hin lenken vergebens er widerstand dem Strome nicht auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt er ließ den heftigsten Anfall des Schmerzes vorüber indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Teilnehmung am besten sehen ließ und so blieben sie diesen Abend Willem in stille Nachgefühl des Schmerzes versenkt und der andere erschreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft die er lange bemeistert und durch guten Rat und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte Nach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur desto eifriger sich den Geschäften und der Tätigkeit zu widmen und es war der beste Weg dem Labyrinth das ihn wieder anzulocken suchte zu entfliehen seine gute Art sich gegen Fremde zu betragen seine Leichtigkeit fast in allen lebenden Sprachen Korrespondenz zu führen gaben seinem Vater und dessen Handelsfreunden immer mehr Hoffnung und trösteten sie über die Krankheit deren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war und über die Pause die ihren Plan unterbrochen hat man beschloss Wilhelms Abreise zum zweiten Mal und wir finden ihn auf seinem Pferde den Mantelsack hinter sich erheitert durch die freie Luft und Bewegung dem Gebirge sich nähern wo er einige Aufträge ausrichten sollte er durchstrich langsam Täler und Berge mit der Empfindung des größten Vergnügens überhangene Felsen rauschende Wasserbäche bewachsene Wände tiefe Gründe sei er hier zum ersten Mal und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt Er Er fühlte Er erduldeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen und mit völliger Heiterkeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten besonders aus dem Pastor Fidor vor die an diesen einsamen Plätzen scharen weiß seinem Gedächtnisse zuflossen Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern die er mit einer besonderen Zufriedenheit rezitierte Er belebte die Welt die vor ihm lag mit allen Gestalten der Vergangenheit und jeder Schritt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkwürdiger Begebenheiten Mehrere Menschen die aufeinander folgend hinter ihm her kamen an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig fortsetzten unterbrachen einige Male seine stille Unterhaltung dass er jedoch aufmerksam auf sie geworden wäre endlich gesellte sich ein prächtigerer Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Pilgerschaft Zu Hochdorf sagte er wird heute Abend eine Komödie gegeben wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt Wie rief Wilhelm in diesen einsamen Gebirgen zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut und ich muss zu ihrem Festewall fahrten Sie werden sich noch mehr wundern sagte der andere wenn sie hören durch wen das Stück aufgeführt wird es ist eine große Fabrik in dem Orte die viele Leute ernährt der Unternehmer der sozusagen von aller menschlichen Gesellschaft entfernt lebt weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen als dass er sie veranlasst hat Komödie zu spielen er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten so bringen sie die langen Abende zu und heute da des alten Geburtstag ist geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit Wilhelm kam zu Hochdorf an wo er übernachten sollte und stieg bei der Fabrik ab deren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Liste stand als er seinen Namen nannte rief der alte verwundert aus ei mein Herr sind sie der sohn des braven Mannes dem ich so viel Dank und bis jetzt noch Geld schuldig bin ihr Vater hat so viel Geduld mit mir gehabt dass ich ein Bösewicht sein müsste wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte sie kommen eben zur rechten Zeit um zu sehen dass es mir ernst ist er rief seine Frau herbei welche ebenso erfreut war den jungen Mann zu sehen sich versicherte dass er seinem Vater gleiche und bedauerte dass sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen könne das Geschäft war klar und bald berichtigt Wilhelm steckte ein Röllchen Gold in die Tasche und wünschte dass seine übrigen Geschäfte auch so leicht gehen möchten die Stunde des Schauspiels kam heran man erwartete nur noch den Oberforstmeister der endlich auch anlangte mit einigen Jägern eintrat und mit der größten Verehrung empfangen wurde die Gesellschaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus geführt wozu man eine Scheune eingerichtet hatte die gleich am Garten lag Haus und Theater waren ohne sonderlichen Geschmack munter und artig genug angelegt einer von den Malern die auf der Fabrik arbeiteten hatte bei dem Theater in der Residenz gehandlangt und hatte nun Wald Straße und Zimmer freilich etwas roh hingestellt das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurecht geschnitten so wie es war unterhielt es die Intrige dass zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Vormunde und wechselweise sich selbst entreißen wollen brachte allerlei interessante Situationen hervor es war das erste Stück das unser Freund nach einer so langen Zeit wieder sah er machte mancherlei Betrachtungen es war voller Handlung aber ohne Schilderung wahrer Charaktere es gefiel und ergötzte so sind die Anfänge aller Schauspielkunst der rohe Mensch ist zufrieden wenn er nur etwas vorgehen sieht der Gebildete will empfinden und nachdenken ist nur dem ganz Ausgebildeten angenehm den Schauspielern hätte er hier und da gerne nachgeholfen denn es fehlte nur wenig so hätten sie um vieles besser sein können in seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabaksdampf der immer stärker und stärker wurde der Oberforstmeister hatte bald nach Anfang des Stück seine Pfeife angezündet und nach und nahm sich mehrere diese Freiheit heraus auch machten die großen Hunde dieses Herrn schlimme Auftritte man hatte sie zwar ausgesperrt allein sie fanden bald den Weg zur Hintertür herein liefen auf 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 Theater rannten wieder die Akteurs und gesellten sich endlich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn der den ersten Platz im Parterre eingenommen hatte zum Nachspiel war ein Opfer dargebracht ein Porträt das den Alten in seinem Bräutigams Kleide vorstellte stand auf einem Altar mit Kränzen behangen alle Schauspieler huldigten ihm in demutvollen Stellungen Das jüngste Kind trat weiß gekleidet hervor und hielt eine Rede in Versen wodurch die ganze Familie und sogar der Oberforstmeister der sich dabei an seine Kinder erinnerte zu Tränen bewegt wurde So endigte sich das Stück und Wilhelm konnte nicht umhin das Theater zu besteigen die Aktrißen in der Nähe zu besehen sie wegen ihres Spiels zu loben und ihnen auf die Zukunft einigen Rat nach in größeren und kleineren Gebirgsorten verrichtete liefen nicht alle so glücklich noch so vergnügt ab manche Schuldner baten um Aufschub manche waren unhöflich manche leugneten nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen er musste einen Advokaten aufsuchen diesen instruieren sich vor Gericht stellen und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren ebenso schlimm erging es ihm wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte nur wenig Leute fand er die ihn einigermaßen unterrichten konnten wenige mit denen er in ein nützliches Handelsverhältnis zu kommen hoffte da nun auch unglücklicherweise Regentage einfielen und eine Reise zu Pferde in diesen Gegenden mit unerträglichen Beschwerden verknüpft war so dankte er dem Himmel als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges in einer schönen und fruchtbaren Ebene an einem sanften Flusse im Sonnenschein ein heiteres Landstädtchen liegen sah in welchem er zwar keine Geschäfte hatte aber eben deswegen sich entschloss ein paar Tage da selbst zu verweilen um sich und seinem Pferde und das von dem schlimmen Wege sehr gelitten hatte einige Erholung zu verschaffen Viertes Kapitel Als er in einem Wirtshause auf dem Markte abtrat ging es darin sehr lustig wenigstens sehr lebhaft zu Eine große Gesellschaft Seiltänzer Springer und Gaukler die einen starken Mann bei sich hatten waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten ein Unfug über den Anderen bald stritten sie mit dem Wirte bald unter sich selbst und wenn ihr Zank unleidlich war so waren die Äußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich Unschlüssig ob er gehen oder bleiben sollte stand er unter dem Tore und sah den Arbeitern zu die auf dem Platz ein Gerüst aufzuschlagen anfingen Ein Mädchen das Rosen und andere Blumen herumtruck bot ihm ihren Korb da und er kaufte sich einen schönen an der Seite des Platzes stehenden anderen Gasthauses sich auftat und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte Er konnte ungeachtete Entfernung bemerken dass eine angenehme Heiterkeit ihr Gesicht belebte ihre blonden Haare fielen nachlässig aufgelöst um ihren Nacken und sie schienen sich nach dem Fremden umzusehen Einige Zeit darauf trat ein Knabe der eine Frisierschürze umgegürtet und ein weißes Jäckchen anhatte aus der Tür jenes Hauses ging auf Wilhelm zu begrüßte ihn und sagte das Frauenzimmer am Fenster lässt sie fragen ob sie ihr nicht einen Teil der schönen Blumen abtreten wollen sie stehen ihr alle zu Diensten versetzte Wilhelm dem er dem leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der schönen ein Kompliment machte welches sie mit einem freundlichen Gegenruß erwiderte und sich vom Fenster zurückzog nachdenkend über dieses artige Abenteuer ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf als ein junges Geschöpf ihm entgegensprang das seine Aufmerksamkeit auf sich zog ein kurzes seitenes Westchen mit geschlitzten spanischen Ärmeln knappe lange Beinkleider mit Puffen standen dem Kinde gar artig lange schwarze Haare waren in Locken und Zöpfen um den Kopf gekräuselt und gewunden er sah die Gestalt mit Verwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden ob er sie für einen Knaben oder für ein Mädchen erklären sollte doch entschied er sich bald für das letzte und hielt sie auf da sie bei ihm vorbeikam bot ihr einen guten Tag und fragte sie wem sie angehöre ob er schon leicht sehen konnte dass sie ein Glied der springenden und tanzenden Gesellschaft sein müsse mit einem scharfen schwarzen Seitenblick sah sie ihn an indem sie sich von ihm los machte und in die Küche lief ohne zu antworten als er die Treppe hinauf kam fand er auf dem weiten Vorsaal zwei Mannspersonen die sich im Fechten übten oder vielmehr ihre Geschicklichkeit einander zu versuchen schienen der eine war offenbar von der Gesellschaft die sich im Hause befand der andere hatte ein weniger wildes Ansehen Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache sie beide zu bewundern und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampfplatz verließ bot der andere mit vieler Artigkeit Wilhelm das Rapier an Wenn sie einen Schüler in die Lehre nehmen wollen so bin ich wohl zufrieden mit ihnen einige Gänge zu wagen sie forchten zusammen und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit überlegen war so war er doch höflich genug zu versichern dass alles nur auf Übung ankomme und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt dass er früher von einem guten und gründlichen deutschen Fechtmeister unterrichtet worden war ihre Künste begierig zu machen einem Tambour folgte der Entrepreneur zur Pferde hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe die ein Kind vor sich hielt das mit Bändern und Flittern wohl herausgeputzt war darauf kam die übrige Truppe zu Fuß wovon einige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stellungen leicht und bequem daher trugen unter denen die junge schwarzköpfige düstere Gestalt Wilhelms Aufmerksamkeit aufs Neue erregte Pagliasso lief unter der andringenden Menge drollig hin und her und teilte mit sehr begreiflichen Späßen indem er bald ein Mädchen küsste bald einen Knaben pritschte seine Zettel aus und erweckte unter dem Volk eine unüberwindliche Begierde ihn näher kennenzulernen In den gedruckten Anzeigen waren die mannigfaltigen Künste der Gesellschaft besonders eines Monsieur Nazis und der Demoiselle Landrinette herausgestrichen welche beide als Hauptpersonen die Klugheit gehabt hatten sich von dem Zuge zu enthalten sich dadurch ein vornehmeres Ansehen zu geben und größere Neugier zu erwecken Während des Zuges hatte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen und Wilhelm hatte nicht verfehlt sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen Dieser den wir einst Laertes nennen wollen erbot sich Wilhelm zu ihr hinüber zu begleiten Ich und das Frauenzimmer sagte er lächelnd sind ein paar Trümmer einer Schauspieler Gesellschaft die vor kurzem hier scheiterte Die Anmut des Orts hat uns bewogen einige Zeit hier zu bleiben und unsere wenige gesammelte Barschaft in Ruhe zu verzehren wenn es ein Freund ausgezogen ist ein Unterkommen für sich und uns zu suchen Laertes begleitete sogleich seine neuen Bekannten zu Philinens Türe wo er ihn einen Augenblick stehen ließ um in einem benachbarten Laden Zuckerwerk zu holen Sie werden mir es gewiss danken sagte er indem er zurückkam dass ich ihnen diese Artige Bekanntschaft verschaffe Das Frauenzimmer kam ihnen auf einem paar leichten Pantöffelchen mit hohen Absätzen aus der Stube entgegen getreten Sie hatte eine Dillier über ein weißes Negligé geworfen das eben weil es nicht ganz reinlich war ihr ein häusliches und bequemes Ansehen gab Ihr kurzes Röckchen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen Seien Sie mir willkommen rief sie Wilhelmin zu und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer indem sie mit der anderen den Strauß an die Brust drückte Als sie sich niedergesetzt hatten und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren denen sie eine reizende Wendung zu geben wusste schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schoß von denen sie sogleich zu Naschen anfing Sehen Sie welch ein Kind dieser junge Mensch ist rief sie aus Er wird sie überreden wollen dass ich eine große Freundin von solchen Näschereien sei und er isst der nicht leben kann ohne irgendetwas leckeres zu genießen Lassen Sie uns nur gestehen versetzte Laertes dass wir hierin wie in mehrerem einander gern Gesellschaft leisten zum Beispiel sagte er es ist heute ein sehr schöner Tag ich dächte wir führen spazieren und nehmen unser Mittagsmahl auf der Mühle recht gern sagte Feline wir müssen unserem neuen Bekannten eine kleine Veränderung machen Laerte sprang fort denn der ging niemals und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause um seine Haare die von der Reise nach verworren aussahen in Ordnung bringen zu lassen das können sie hier sagte sie rief ihren kleinen Diener nötigte Wilhelmen auf die artigste Weise seinen Rock auszuziehen ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart frisieren zu lassen man muss ja keine Zeit versäumen sagte sie man weiß nicht wie lange man beisammen bleibt der Knabe mehr trotzig und unwillig als ungeschickt benahm sich nicht zum besten raufte Wilhelmen und schien sobald nicht fertig werden zu wollen Feline verwies ihm einige Male seine Unart stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Tür hinaus nun übernahm sie selbst die Bemühung und kräuselte die Haare unseres Freundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit ob sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald dieses bald jenes an ihrer Arbeit auszusetzen hatte indem sie nicht vermeiden konnte mit ihren Knien die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nah an seine Lippen zu bringen dass er mehr als einmal in Versuchung gesetzt ward einen Kuss darauf zu drücken als Wilhelm mit einem kleinen Pudermesser seine Stirne gereinigt hatte sagte sie zu ihm stecken sie es ein und gedenken sie meiner dabei es war ein artiges Messer der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte gedenkt mein Wilhelm steckte es zu sich dankte ihr und bat um die Erlaubnis hier ein kleines Gegengeschenk machen zu dürfen nun war man fertig geworden Laertes hatte die Kutsche gebracht und nun begann eine sehr lustige Fährte Feline warf jedem Armen der sie anbettelte etwas zum Schlage hinaus indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zu rief sie waren kaum auf der wo sie sich hören ließ es waren Bergleute die zu Zitter und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen es dauerte nicht lange so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beifall aus den Fenster zu als sie diese Aufmerksamkeit gesehen erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stück vorzubereiten nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor und stellte indes die anderen eine ernsthafte Melodie spielten die Handlung des Schürfens vor es wehrte nicht lange so trat ein Bauer aus der Menge und gab jenem pantomimisch Drohnen zu verstehen dass er sich von hier hinweg begeben solle die Gesellschaft war darüber verwundert und erkannte erst den in einen Bauer verkleideten Bergmann als er den Mund auftat und in einer Art von Rezitativ den anderen Schalt das er wage auf seinem Acker zu hantieren jener kam nicht aus der Fassung sondern fing an den Landmann zu belehren dass er Recht habe hier einzuschlagen und gab ihm dabei die ersten Begriffe vom Bergbau der Bauer der die fremde Terminologie nicht verstand tat allerlei alberne Fragen worüber die Zuschauer die sich klüger fühlten ein herzliches Gelächter aufschlugen der Bergmann suchte ihn zu berichtigen und bewies ihm den Vorteil der zuletzt auch auf ihn fließe wenn die unterirdischen Schätze des Landes herausgewühlt würden der Bauer der jenem zuerst mit Schlägen gedroht hatte ließ sich nach und nach besänftigen und sie schieden als gute Freunde voneinander besonders aber zog sich der Bergmann auf die honorabelste Art aus diesem Streit Wir haben sagte Wilhelm bei Tisch an diesem kleinen Dialog das lebhafteste Beispiel wie nützlich allen Ständen das Theater sein könnte wie vielen Vorteil der Staat selbst daraus ziehen müsste wenn man die Handlungen Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten lobenswürdigen Seite und in dem Gesichtspunkte auf das Theater brächte aus welchem sie der Staat selbst ehren und schützen muss Jetzt stellen wir nur die lächerliche Seite der Menschen dar Der Lustspieldichter ist gleichsam nur ein hämischer Kontrolleur der auf die Fehler seiner Mitbürger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sein scheint wenn er ihnen eins anhängen kann Sollte es nicht eine angenehme und würdige Arbeit für einen Staatsmann sein den natürlichen wechselseitigen Einfluss aller Stände zu überschauen und einen Dichter der Humor genug hätte bei seinen Arbeiten zu leiten Ich bin überzeugt es könnten auf diesem Wege manche sehr unterhaltende zugleich nützliche und lustige Stücke ersonnen werden So viel Ich sagte Laertes überall wo ich herumgeschwärmt bin habe bemerken können weiß man nur zu verbieten zu hindern und abzulehnen selten aber zu gebieten zu befördern und zu belohnen Man lässt alles in der Welt gehen bis es schändlich wird dann zürnt man und schlägt rein Lass mir den Staat und die Staatsleute weg sagte Philine Ich kann mir sie nicht anders als in Perücken vorstellen und eine Perücke es mag sie aufhaben wer da will erregt in meinen Fingern eine krampfhafte Bewegung Ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunternehmen in der Stube herumspringen und den Kahlkopf auslachen Mit einigen lebhaften Gesängen welche sie sehr schön vortrug schnitt Philine das Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rückfahrt damit man die Künste der Seiltänzer am Abend zu sehen nicht versäumen möchte drollig bis zur Ausgelassenheit setzte sie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort indem sie zuletzt da ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausging einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf Philine lud beide Begleiter zu sich in ihre Wohnung weil man wie sie sagte aus ihren Fenstern das öffentliche Schauspiel besser als im anderen Wirtshaus sehen könne als sie ankamen fanden sie das Gerüst aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten Teppichen geziert die Schwungbretter waren schon gelegt das Schlappseil an die Pfosten befestigt und das straffe Seil über die Böcke gezogen Der Platz war ziemlich mit Volk gefüllt und die Fenster mit Zuschauern einiger Art besetzt Balias bereitete erst die Versammlung mit einigen Albernheiten worüber die Zuschauer immer zu Lachen pflegten zur Aufmerksamkeit und guten Laune vor Einige Kinder deren Körper die seltsamsten Verrängungen darstellten erregten bald Verwunderung bald Grausen und Wilhelm konnte sich des tiefen Mitleidens nicht enthalten als er das Kind an dem er beim ersten Anblicke teilgenommen mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen hervorbringen sah Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Vergnügen wenn sie erst einzeln dann hintereinander und zuletzt alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Luft überschlugen Ein lautes Händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung Nun aber war die Aufmerksamkeit auf einen ganz anderen Gegenstand gewendet Die Kinder eins nach dem anderen mussten das Seil betreten und zwar die Lehrlinge zuerst damit sie durch ihre Übung das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht setzen Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauen Personen mit ziemlicher Geschicklichkeit allein es war noch nicht Monsieur Narzisse noch nicht Demoiselle Landrinette Endlich traten auch diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten roten Vorhängen hervor und erfüllten durch ihre angenehme Gestalt und zierlichen Putz die bisher glücklich genährte Hoffnung der Zuschauer Eher ein munteres Bürschchen von mittlerer Größe schwarzen Augen und einem starken Haarzopf sie nicht minder wohl und kräftig gebildet beide zeigten sich nacheinander auf dem Seile mit leichten Bewegungen Sprüngen und seltsamen Posituren ihre Leichtigkeit seine Verwegenheit die Genauigkeit womit beide ihre Kunststücke ausführten erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Vergnügen der Anstand womit sie sich betrugen die anscheinenden Bemühungen der anderen um sie gaben ihnen das Ansehen als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären und jedermann hielt sie des Ranges wert die Begeisterung des Volkes teilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit die Damen sahen unverwandt nach Narzissen die Herren nach Londrinetten das Volk jauchzte und das feinere Publikum enthielt sich nicht des Klatschens kaum dass man noch über Paliassen lachte wenige nur schlichen sich weg als einige von der Truppe um Geld zu sammeln sich mit zinnernden Tellern durch die Menge trinken sie haben ihre Sache dünkt mich gut gemacht sagte Wilhelm zu Felinen die bei ihm am Fenster lag ich bewundere ihren Verstand womit sie auch geringe Kunststückchen nach und nach zur rechten Zeit angebracht geltend zu machen wussten und wie sie aus der Ungeschicklichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer Besten ein ganzes zusammen arbeiteten das erst unsere Aufmerksamkeit erregte und dann uns auf das angenehmste unterhielt das Volk hatte sich nach und nach verlaufen und der Platz war leer geworden in das Feline und Laertes über die Gestalt und die Geschicklichkeit Narzissens und Landrinettes in Streit gerieten und sich wechselweise neckten Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei anderen spielenden Kindern stehen machte Felinen darauf aufmerksam die sogleich nach ihrer lebhaften Art dem Kind rief und winkte und da es nicht kommen wollte singend die Treppe hinunter klapperte und es heraufführte hier ist das Rätsel rief sie als sie das Kind zur Türe herein zog es blieb am Eingang stehen eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte legte die rechte Hand vor die Brust die linke vor die Stirn und bückte sich tief fürchte dich nicht liebe Kleine sagte Wilhelm indem er auf sie losging sie sah ihn mit unsicherem Blick an und trat einige Schritte näher wie nennst du dich fragte er sie heißen mich Mignon wie viele Jahre hast du es hat sie niemand gezählt wer war dein Vater der große Teufel ist tot nun das ist wunderlich genug rief Helene aus man fragte sie noch einiges sie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar feierlichen Art vor dabei legte sie jedes mal die Hände an Brust und Haupt und neigte sich tief Wilhelm konnte sie nicht genug ansehen seine Augen und sein Herz wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Zustande dieses Wesens angezogen er schätzte sie zwölf bis dreizehn jahre ihr körper war gut gebaut nur dass ihre glieder einen stärkeren wuchs versprachen oder einen zurückgehaltenen ankündigten ihre bildung war nicht regelmäßig aber auffallend ihre stirne geheimnisvoll ihre nase außerordentlich schön und der mund ob er schon für ihr alter zu sehr geschlossen schien und sie manchmal mit den lippen nach einer seite zuckte noch immer treuherzig und reizend genug ihre bräunliche gesichtsfarbe konnte man durch die schminke kaum erkennen diese gestalt prägte sich Wilhelm sehr tief ein er sah sie noch immer an schwieg und vergaß der gegenwärtigen über seine betrachtungen Feline weckte ihn aus seinem halbtraum in dem sie dem kind etwas übrig gebliebenes zuckerwerk reichte und ihm ein zeichen gab sich zu entfernen es machte seinen bückling wie oben und fuhr blitzschnell zur Tür hin aus als die zeit nunmehr herbeikam dass unsere neuen bekannten sich für diesen abend trennen sollten redeten sie vorher noch eine spazierfahrt auf den morgigen tag ab sie wollten abermals an einem anderen ort auf einem benachbarten jägerhause ihr mittagsmahl einnehmen wilhelm sprach diesen abend noch manches zu felinens lobe worauf laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete den anderen morgen als sie sich abermals eine stunde im fechten geübt hatten gingen sie nach felinens gasthofe vor welchem sie die bestellte kutsche schon hatten anfahren sehen aber wie verwundert war wilhelm als die kutsche verschwunden und wie noch mehr als feline nicht zu Hause anzutreffen war sie hatte sich so erzählte man mit ein paar fremden die diesen morgen angekommen waren in den wagen gesetzt und war mit ihnen davongefahren unser freund der sich in ihrer gesellschaft eine angenehme unterhaltung versprochen hatte konnte sein verdruss nicht verbergen dagegen lachte laertes und rief so gefällt sie mir das seht ihr ganz ähnlich lassen sie uns nur gerade nach dem jagdhause gehen sie mag sein wo sie will wir wollen ihren wegen unsere promenade nicht versäumen als wilhelm unterwegs diese inkonsequenz des betragens zu tadeln fortfuhr sagte laertes ich kann nicht inkonsequent finden wenn wenn jemand seinem charakter treu bleibt wenn sie sich etwas vornimmt oder jemand etwas verspricht so geschieht es nur unter der still schweigenden bedingung dass es ihr auch bequem sein werde den vorsatz auszuführen oder ihr versprechen zu halten sie verschenkt gern aber man muss immer bereit sein ihr das geschenkte wiederzugeben dies ist ein seltsamer charakter versetzte Wilhelm nichts weniger als seltsam nur dass sie keine heuchlerin ist ich liebe sie deswegen ja ich bin ihr freund weil sie mir das geschlecht so rein darstellt dass ich zu hassen so viel ursache habe sie ist mir die wahre Eva die stammmutter des weiblichen geschlechts so sind alle nur wollen sie es nicht wort haben unter mancherlei Gesprächen in welchen Erte seinen Hass gegen das weibliche Geschlecht doch die Ursache davon anzugeben waren sie in den Wald gekommen in welchen Wilhelm sehr verstimmt eintrat weil die Äußerungen des Laertes ihm die Erinnerung an sein Verhältnis zu Marianen wieder lebendig gemacht hatten sie fanden nicht weit von einer beschatteten Quelle unter herrlichen alten Bäumen für ihnen allein an einem steinernen Tische sitzen sie sang ihnen ein lustiges Liedchen entgegen und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte rief sie aus ich habe sie schön angeführt ich habe sie zum besten gehabt wie sie es verdienten schon unterwegs setzte ich ihre Freigebigkeit auf die Probe und da ich bemerkte dass sie von den kargen Näschern waren nahm ich mir gleich vor sie zu bestrafen nach unserer Ankunft fragten sie den Kellner was zu haben sei der mit der gewöhnlichen Geläufigkeit seiner Zunge alles was ich sah ihre Verlegenheit sie blickten einander an stotterten und fragten nach dem Preis was bedenken sie sich lange rief ich aus die Tafel ist das Geschäft eines Frauenzimmers lassen sie mich dafür sorgen ich fing darauf an ein unsinniges Mittagsmahl zu bestellen wozu noch manches durch Boten aus der Nachbarschaft geholt werden sollte der Kellner den ich durch ein paar schiefe Mäuler zum Vertrauten gemacht hatte half mir endlich und so haben wir sie durch die Vorstellung eines herrlichen Gastmals dergestalt geängstigt dass sie sich kurz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entschlossen von dem sie wohl schwerlich zurückkommen werden ich habe eine Viertelstunde auf meine eigene Hand gelacht und werde lachen so oft ich an die Gesichter denke bei Tische erinnerte sich Laertes an ähnliche Fälle sie kamen in den Gang lustige Geschichten Missverständnisse und Prellereien zu erzählen ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Wald geschlichen setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen Platz er machte sie auf das Rieseln der Quelle auf die Bewegung der Zweige auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Vögel aufmerksam Feline sang ein Liedchen vom Kuckuck welches dem Ankömmling nicht zu behagen schien er empfahl sich bald wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturszenen hören sollte rief Feline aus als er weg war es ist nichts unerträglicher als sich das Vergnügen vorrechnen zu lassen das man genießt wenn schön Wetter ist geht man spazieren wie man tanzt wenn aufgespielt wird wer mag aber nur einen Augenblick an die Musik wer ans schöne Wetter denken der Tänzer interessiert uns nicht die Violine und in ein paar schöne schwarze Augen zu sehen tut einem paar blauen Augen gar zu wohl was sollen dagegen Quellen und Brunnen und alte morsche Linden sie sah indem sie so sprach Wilhelmin der ihr gegenüber saß mit einem Blick in die Augen dem er nicht wehren konnte wenigstens bis an die Tür seines Herzens vorzudringen sie haben recht versetzte er mit einiger Verlegenheit der Mensch ist dem Menschen das interessanteste und sollte ihn vielleicht ganz allein interessieren alles andere was uns umgibt ist entweder nur Element in dem wir leben oder Werkzeug das wir uns bedienen je mehr wir uns dabei aufhalten je mehr aufmerken und teil daran nehmen desto schwächer wird das Gefühl unseres eigenen Wertes und das Gefühl der Gesellschaft die Menschen die einen großen Wert auf Gärten Gebäude Kleider Schmuck oder irgendein Besitztum legen sind weniger gesellig und gefährlich sie verlieren die Menschen aus den Augen welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt sehen wir es nicht auch auf dem Theater ein guter Schauspieler macht uns bald eine elende unschickliche Dekoration vergessen da hingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht nach Tische setzte Philine sich in das beschattete hohe Gras ihre beiden Freunde mussten ihr Blumen in Menge herbeischaffen sie wandte sich an den vollen Kranz und setzte ihn auf sie sah unglaublich reizend aus die Blumen reichten noch zu einem anderen hin auch den flocht sie indem sich beide Männer neben sie setzten als er unter allerlei Scherz und Anspielung fertig geworden war drückte sie in Wilhelmen mit der größten Anmut aufs Haupt und rückte ihn mehr als einmal anders bis er recht zu sitzen schien und ich werde wie es scheint leer ausgehen sagte Laertes mit nichten versetzte Philine ihr sollt euch keineswegs beklagen sie nahm ihren Kranz vom Haupt und setzte ihn Laertes auf wären wir neben Bula sagte dieser so würden wir sehr heftig streiten können welchen von beiden du am meisten begünstigst da wird ihr rechte toren versetzte sie indem sie sich zu ihm hinüber bog und ihm den Mund zum Kuss reichte sich aber sogleich umwendete ihren Arm um Wilhelmen schlang und einen lebhaften Kuss auf seine Lippen drückte welcher schmeckt am besten fragte sie neckisch wunderlich rief Laertes es scheint als wenn so etwas niemals nach Wermut schmecken könne so wenig sagte Feline als irgendeine Gabe die jemand ohne Neid und Eigensinn genießt nun hätte ich rief sie aus noch Lust eine Stunde zu tanzen und dann müssen wir wohl wieder nach unseren Springern sehen Man ging nach dem Hause und fand Musik da selbst Feline die eine gute Tänzerin war belebte ihre beiden Gesellschafter Wilhelm war nicht ungeschickt allein es fehlte ihm an einer künstlichen Übung seine beiden Freunde nahmen sich vor ihn zu unterrichten man verspätete sich die Seiltänzer hatten ihre Künste schon zu produzieren angefangen auf dem Platze hatten sich viele Zuschauer eingefunden doch vor himmelmerkwürdig dass eine große Anzahl Menschen nach dem Tor des Gasthofes in welchem Wilhelm eingekehrt war hingezogen hatte Wilhelm sprang hinüber um zu sehen was es sei und mit Entsetzen erblickte er als er sich durchs Volk drängte den Herrn der Seiltänzer Gesellschaft der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Peitschenstil unbarmherzig auf den kleinen Körper losschlug Wilhelm fuhr wie ein Blitz auf den Mann zu und fasste ihn bei der Brust lass das Kind los schrie er wie ein Rasender oder einer von uns bleibt hier auf der Stelle er fasste zugleich den Kerl mit einer Gewalt die nur der Zorn geben kann bei der Kehle das Kind los ließ und sich gegen den Angreifenden zu verteidigen suchte einige Leute die mit dem Kind Mitleid fühlten aber Streit anzufangen nicht gewagt hatten fielen dem Seiltänzer sogleich in die Arme entwaffneten ihn und drohten ihm mit vielen Schimpfreden dieser der sich jetzt nur auf die Waffen seines Mundes reduziert sah fing grässlich zu drohen und zu fluchen an die faule unnütze Kreatur wolle ihre Schuldigkeit nicht tun sie verweigere den Eiertanz zu tanzen den er dem Publikum versprochen habe er wolle sie totschlagen und es solle ihn niemand daran hindern er suchte sich los zu machen um das Kind das sich unter der Menge verkrochen hatte aufzusuchen Wilhelm ihn zurück und rief du sollst nicht eher dieses Geschöpf weder sehen noch berühren bis du vor Gericht Rechenschaft gibst mir nicht entgehen diese Rede welche Wilhelm in der Hitze ohne Gedanken und Absicht aus einem dunklen Gefühl oder wenn man will aus Inspiration ausgesprochen hatte brachte den wütenden Menschen auf einmal zur Ruhe er rief was habe ich mit der unnützen Kreatur zu schaffen zahlen sie mir was mich ihre Kleider kosten und sie mögen sie behalten wir wollen diesen Abend noch einig werden er eilte darauf und die Unruhe des Publikums durch einige bedeutende Kunststücke zu befriedigen Wilhelm suchte nunmehr da es stille geworden war nach dem Kind das ich aber nirgends fand einige wollten es auf dem Boden andere auf den Dächern der benachbarten Häuser gesehen haben nachdem man es aller Orten gesucht hatte musste man sich beruhigen und abwarten ob es nicht von selbst wieder herbeikommen Indes war Narziss nach Hause gekommen welchen Wilhelm über die Schicksale und die Herkunft des Kindes befragte dieser wusste nichts davon denn er war nicht lange bei der Gesellschaft erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und mit vielem Leichtsinn seine eigenen Schicksale Als ihm Wilhelm zu dem großen Beifall Glück wünschte dessen er sich zu erfreuen hatte äußerte er sich sehr gleichgültig darüber Wir sind gewohnt sagte er dass man über uns lacht und unsere Künste bewundert aber wir werden durch den außerordentlichen Beifall um nichts gebessert Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen wie er zurecht kommt Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen Auf die Frage wo er so schnell hinwolle lächelte der junge Mensch und gestand dass seine Figur und Talente ihm einen solideren Beifall zugezogen als der des großen Publikums sei Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten die sehr eifrig verlangten ihn näher kennenzulernen und er fürchte mit den Besuchen die er abzulegen habe vor Mitternacht kaum fertig zu werden Er fuhr fort mit der größten Aufrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen und hätte die Namen Straßen und Häuser angezeigt wenn nicht Wilhelm eine solche Indiskretion abgelehnt und ihn höflich entlassen hätte Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte sie sei vollkommen würdig ein Weib zu sein und zu bleiben Nun ging die Unterhaltung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an das unserem Freunde für 30 Taler überlassen wurde gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiener seine Ansprüche völlig abtrat von der Herkunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte als dass er solches nach dem Tode seines Bruders den man wegen seiner außerordentlichen Geschicklichkeit den großen Teufel genannt zu sich genommen habe der der anderen der vergebens durch krock man alle Winkel des Hauses und der Nachbarschaft es war verschwunden und man fürchtete es möchte in ein Wasser gesprungen sein oder sich sonst ein Leids angetan haben Philenens Reize konnten die Unruhe unseres Freundes nicht ableiten er brachte einen traurigen nachdenklichen Tag zu auch des Abends da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten um sich dem Publikum aufs Beste zu empfehlen konnte sein Gemüt nicht erheitert und zerstreut werden durch den Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenommen und so schwälzte sich auch der Schneeball des Beifalls zu einer ungeheuren Größe Der Sprung über die Degen und durch das Fass mit Papier in den Böden machte eine große Sensation Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen Entsetzen und Erstaunen indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar auseinander geschobene Stühle legte auf seinen hohl schwebenden Leib einen Amboss genannte Herkules Stärke da eine Reihe Männer auf den Schultern einer ersten Reihe stehend abermals Frauen und Jünglinge trägt sodass zuletzt eine lebendige Pyramide entsteht deren Spitze ein Kind auf den Kopf gestellt als Knopf und Wetterfahne ziert in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das ganze Schauspiel Narziss und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der Übrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Volkes tragen Man warf ihnen Bänder Blumen Sträußer und seidene Tücher zu und drängte sich sie ins Gesicht zu fassen Jedermann schien glücklich zu sein sie anzusehen und von ihnen eines Blicks gewürdigt zu werden Welcher Schauspieler welcher Schriftsteller ja welcher Mensch überhaupt würde sich nicht auf dem Gipfel seiner Wünsche sehen wenn er durch irgendein edles Wort oder eine gute Tat einen so allgemeinen Eindruck hervorbrächte Welche köstliche Empfindung müsste es sein wenn man gute edle der menschheit würdige Gefühle ebenso schnell durch einen elektrischen Schlag ausbreiten ein solches Entzücken unter dem Volke erregen könnte als diese Leute durch ihre körperliche Geschicklichkeit getan wenn man der Menge das Mitgefühl alles Menschlichen geben wenn man sie mit der Vorstellung des Glücks und Unglücks der Weisheit und Turheit ja des Unsinns und der Albernheit entzünden erschüttern und ihr stockendes Innere in freie lebhafte und reine Bewegung setzen könnte so sprach unser Freund und da weder Feline noch Laertes gestimmt schienen einen solchen Diskurs fortzusetzen unterhielt er sich allein mit diesen Lieblings Betrachtungen als er bis spät in die Nacht um die Stadt spazierte und seinen alten Wunsch das gute edle große durch das Schauspiel zu versinnlichen wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungskraft verfolgte Fünftes Kapitel Des anderen Tages als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren fand sich Mignon sogleich wieder ein und trat hinzu als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale fortsetzten Wo hast du gesteckt? fragte Wilhelm freundlich Du hast uns viel Sorge gemacht Das Kind antwortete nichts und sah ihn an Du bist nun unser rief Laertes Wir haben dich gekauft Was hast du bezahlt? fragte das Kind ganz trocken 100 Dukaten versetzte Laertes Wenn du sie wieder gibst kannst du frei sein Das ist wohl viel fragte das Kind Oh ja du magst dich nur gut aufführen Ich will dienen versetzte sie Von dem Augenblicke an merkte sie genau was der Kellner den beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte und litt schon des anderen Tages nicht mehr dass er ins Zimmer kam Sie wollte alles selbst tun und machte auch ihre Geschäfte zwar langsam und mitunter unbehilflich doch genau und mit großer Sorgfalt Sie stellte sich oft ein Gefäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit dass sie sich fast die Backen aufrieb bis Laertes durch Fragen und Necken erfuhr dass sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche und und dem Eifer womit sie es tat die Röte die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte für die hartnäckigste Schminke halte Man bedeutete sie und sie ließ ab und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war zeigte sich eine schöne braune obgleich nur von wenigem rot erhöhte Gesichtsfarbe durch die frevelhaften Reize Felinens durch die geheimnisvolle Gegenwart des Kindes mehr als er sich selbst gestehen durfte unterhalten brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu und rechtfertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige Übung in der Fecht und Tanzkunst wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu finden glaubte nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er als er eines Tages Herrn und Frau Melina ankommen sah welche gleich nach dem ersten frohen Gruße sich nach der Direktrice und den übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schrecken vernahmen dass jene sich schon lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien das junge Paar hatte sich nach ihrer Verbindung zu der wie wir wissen Wilhelm Hilflich gewesen an einigen Orten nach Engagement umgesehen in diese Städtchen gewiesen worden wo einige Personen die ihnen unterwegs begegneten ein gutes Theater gesehen haben wollten Felinen wollte Madame Melina und Herr Melina dem lebhaften Laertes als sie Bekanntschaft machten keineswegs gefallen sie wünschten die neuen Ankömmlinge gleich wieder los zu sein und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gesinnungen beibringen ob er ihnen gleich wiederholt versicherte dass es recht gute Leute seien Eigentlich war auch das bisherige lustige Leben unser drei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört denn Melina fing im Wirtshause er hatte neben demselben in welchem Feline wohnte Platz gefunden gleich zu markten und zu quengeln an er wollte für weniges Geld besseres Quartier reichlichere Mahlzeit und promptere Bedienung haben in kurzer Zeit machten Wirt und Kellner verdrießliche Gesichter und wenn die anderen um froh zu leben sich alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten um nicht länger an das zu denken was schon verzerrt war so musste die Mahlzeit die Melina regelmäßig sogleich berechtigte jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden so dass Feline ihn ohne Umstände ein wiederkeulendes Tier nannte noch unangenehm vielmehr schrieben ihr diejenigen die die mit ihr umgingen gewöhnlich einen schönen Verstand zu denn sie war was ich mit einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte sie wusste einem Freunde um dessen Achtung ihr zu tun war mit einer besonderen Aufmerksamkeit zu schmeicheln in seine Ideen so lange als möglich einzugehen sobald sie aber ganz über ihren Horizont waren mit Ekstase eine solche neue Erscheinung aufzunehmen sie verstand zu sprechen und zu schweigen und ob sie gleich kein tückisches Gemüt hatte mit großer Vorsicht aufzupassen wo des anderen schwache Seite sein möchte sechstes Kapitel Melina hatte sich indessen nach den Trümmern der vorigen Direktion genau erkundigt sowohl Dekorationen als Garderobe waren an einige Handelsleute versetzt und ein Notarius hatte den Auftrag von der Direktrice erhalten unter gewissen Bedingungen wenn sich Liebhaber fänden in den Verkauf aus freier Hand zu willigen Melina wollte die Sachen besehen und zog Wilhelmen mit sich dieser empfand als man ihnen die Zimmer eröffnete eine gewisse Neigung dazu die er sich jedoch selbst nicht gestand in so einem schlechten Zustand der auch die geklecksten Dekorationen waren so wenig scheinbar auch türkische und heidnische Kleider alte Karikaturröcke für Männer und Frauen Kutten für Zauberer Juden und Pfaffen sein mochten so konnte sich doch der Empfindung nicht erwehren dass er die glücklichsten Augenblicke seines Lebens in der Nähe eines ähnlichen Trödelkrams gefunden hatte hätte Melina in sein Herz sehen können so würde er ihm eifriger zugesetzt haben eine Summe Geldes auf die Befreiung Aufstellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem schönen Ganzen herzugeben Welch ein glücklicher Mensch rief Melina aus könnte ich sein wenn ich nur 200 Taler besäße um zum Anfange den Besitz dieser ersten theatralischen Bedürfnisse zu erlangen Wie bald wollte ich ein kleines Schauspiel beisammen haben das uns in dieser Stadt in dieser Gegend gewiss sogleich ernähren sollte Wilhelm schwieg und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten Schätze Melina hatte von dieser Zeit an keinen anderen Diskurs als Projekte und Vorschläge wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vorteil finden könnte er suchte Philinen und Laertes zu interessieren und man tat Wilhelmen Vorschläge Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen diesem fiel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf dass er hier so lange nicht hätte verweilen sollen er entschuldigte sich und wollte Anstalten machen seine Reise fortzusetzen indessen war ihm Mignons Gestalt und Wesen immer reizender geworden in allem seinem Tun und Lassen hatte das Kind etwas Sonderbares es ging die Treppe weder auf noch ab sondern sprang es stieg auf den Geländern der Gänge weg und ehe man sich's versah saß es oben auf dem Schranke und blieb eine Weile ruhig auch hatte Wilhelm bemerkt dass es für jeden eine besondere Art von Gruß hatte ihn grüßte sie seit einiger Zeit mit über die Brust geschlagenen Armen manche Tage war sie ganz stumm zu Zeiten antwortete sie mehr auf verschiedene Fragen immer sonderbar doch so dass man nicht unterscheiden konnte ob es Witz oder Unkenntnis der Sprache war indem sie ein gebrochenes mit französisch und italienisch durchflochtenes Deutsch sprach in seinem Dienste war das Kind unermüdet und früh mit der Sonne auf es verlor sich dagegen abends zeitig schlief in einer Kammer auf der nackten Erde und war durch nichts zu bewegen ein Bett oder ein Strohsack anzunehmen er fand sie oft dass sie sich wusch auch ihre Kleider waren reinlich obgleich alles fast doppelt und dreifach bemerkte Wilhelmin auch dass sie alle morgen ganz früh in die Messe gehe wohin er ihr einmal folgte und sie in der Ecke der Kirche mit dem Rosenkranz niederknien und andächtig beten sah sie bemerkte ihn nicht er ging nach hause machte sich vielerlei Gedanken über diese Gestalt und konnte sich bei ihr nichts bestimmtes denken neues Andringen Melinas um eine Summe Geldes zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergerätschaften bestimmte Wilhelm noch mehr an seine Abreise zu denken er wollte den seinigen die lange nichts von ihm gehört hatten noch mit dem heutigen Posttage schreiben er fing auch wirklich einen Brief an Wernern an und war mit Erzählung seiner Abenteuer wobei er ohne es selbst zu merken sich mehrmals von der Wahrheit entfernt hatte schon ziemlich weit gekommen als er zu seinem Verdruss auf sie geschrieben fand die er für Madame Melina aus seiner Schreibtafel zu kopieren angefangen hatte und willig zerriss er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag 7. Kapitel Unsere Gesellschaft befand sich abermals beisammen und Feline die auf jedes Pferd das vorbeikam auf jeden Wagen der Anfuhr äußerst aufmerksam war rief mit großer Lebhaftigkeit unser Pedant da kommt unser allerliebster Pedant wen mag er bei sich haben sie rief und winkte zum Fenster hinaus und der Wagen hielt stille ein kümmerlich armer Teufel den man an seinem verschabten graulich braunen Rocke und an seinen übel konditionierten Unterkleidern für einen Magister wie sie auf Akademien zu Vermodern pflegen hätte halten sollen stieg aus dem Wagen und entblößte indem er Felinen zu grüßen den Hut abtat eine übel gepuderte aber übrigens sehr steife Perücke und Feline warf ihm hundert Kusshände zu so wie sie ihre Glückseligkeit fand einen Teil der Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen so war das Vergnügen nicht viel geringer als sie sich so oft als möglich gab die übrigen die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte auf eine über den Lärm womit sie diesen alten Freund empfing vergaß man auf die übrigen zu achten die ihm nachfolgen doch glaubte Wilhelm die zwei Frauenzimmer und einen eltlichen Mann der mit ihnen hereintrat zu kennen auch entdeckte sich bald dass er sie alle drei vor einigen Jahren bei der Gesellschaft die in seiner Vaterstadt spielte mehrmals gesehen hatte die Töchter waren seit der Zeit herangewachsen der Alter aber hatte sich wenig verändert dieser spielte gewöhnlich die gutmütigen polternden Alten wovon das deutsche Theater nicht leer wird und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft denn da es der Charakter unserer Landsleute ist das Gute ohne viel Prunk zu tun und zu leisten so denken sie selten daran dass es auch eine Art gebe das Rechte mit Zierlichkeit von einem Geiste des Widerspruchs getrieben leicht in den Fehler durch ein mürrisches Wesen ihre liebste Tugend im Kontraste darzustellen solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut und er spielte sie so oft und ausschließlich dass er darüber eine ähnliche Art sich zu betragen im gemeinen Leben angenommen hatte Wilhelm geriet in große Bewegung sobald er ihn erkannte denn er erinnerte sich wie oft er neben seiner geliebten Marianne auf dem Theater gesehen hatte er hörte ihn noch schelten er hörte ihre schmeichelnde Stimme mit der sie seinem rauen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte die erste lebhafte Frage an die neuen Ankömmlinge ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei war leider mit Nein beantwortet und man musste vernehmen dass die Gesellschaften bei denen man sich erkundigt besetzt und einige davon sogar in Sorgen seien wegen des bevorstehenden Krieges auseinander gehen zu müssen Der polterne Alte hatte mit seinen Töchtern aus Verdruss und Liebe zur Abwechslung ein vorteilhaftes Engagement aufgegeben hatte mit dem Pedanten den er unterwegs antraf einen Wagen gemietet um hierher zu kommen wo denn auch wie sie fanden guter teuer war Die Zeit in welcher sich die Übrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten brachte Wilhelm nachdenklich zu Er wünschte den Alten allein zu sprechen wünschte und fürchtete von Marianen zu hören und befand sich in der größten Unruhe Die Artigkeiten der neu angekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traum reißen aber ein Wortwechsel der sich erhob macht ihn aufmerksam Es war Friedrich der blonde Knabe der Felinen aufzuwarten pflegte sich aber diesmal lebhaft widersetzte als er den Tisch decken und essen herbeischaffen sollte Ich habe mich verpflichtet rief er aus ihnen zu dienen aber nicht allen Menschen aufzuwarten Sie gerieten darüber in einen heftigen Streit Feline bestand darauf er habe seine Schuldigkeit zu tun und als er sich hartnäckig widersetzte sagte sie ihm ohne Umstände er könne gehen wohin er wolle Glauben Sie etwa dass ich mich nicht von Ihnen entfernen könne rief er aus ging trotzig weg machte seinen Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus Geh Mignon sagte Feline und schaffe uns was wir brauchen sag es dem Kellner und hilf aufwarten Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art soll ich darf ich und Wilhelm versetzte du mein Kind was Mademoiselle dir sagt das Kind besorgte alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gästen auf nach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen es gelang ihm und nach mancherlei Fragen wie es ihm bisher gegangen wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft und Wilhelm wagte zuletzt nach Marianen zu fragen sagen sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf rief der Alte ich habe verschworen nicht mehr an sie zu denken Wilhelm erschrak über diese Äußerung war aber noch in größerer Verlegenheit als der Alte fortfuhr auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmählen wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen allein er musste nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten ich schäme mich vor dieser fort dass ich ihr so geneigt war doch hätten sie das Mädchen näher gekannt sie würden mich gewiss entschuldigen sie war so artig natürlich und gut so gefällig und in jedem Sinne leidlich nie hätte ich mir vorgestellt dass Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten schon hatte sich Wilhelm gefasst gemacht das schlimmste von ihr zu hören als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte dass der Ton des alten milder wurde seine Rede endlich stockte und er ein Schnupftuch aus der Tasche nahm um die Tränen zu trocknen die zuletzt seine Rede unterbrachen was ist ihnen rief Wilhelm Maus was gibt ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesetzte Richtung verbergen sie mir es nicht ich nehme an dem Schicksal dieses Mädchens mehr Anteil als sie glauben nur lassen sie mich alles wissen ich habe wenig zu sagen versetzte der alte indem er wieder in seinen ernstlichen verdrießlichen ton überging ich werde es ihr nie vergeben was ich um sie geduldet habe sie hatte immer ein gewisses Zutrauen zu mir ich liebte sie wie meine Tochter und hatte da meine Frau noch lebte den Entschluss gefasst sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten von deren Anleitung ich sichtbare traurig traurigkeit an ich fragte sie aber sie wich aus endlich machten wir uns auf die Reise sie fuhr mit mir in einem Wagen und ich bemerkte was sie mir auch bald gestand dass sie guter Hoffnung sei und in der größten Furchtschwebe von unserem Direktor verstoßen zu werden auch dauerte es nur kurze Zeit so machte er die Entdeckung kündigte ihr den Kontrakt der ohne dies nur auf sechs Wochen stand sogleich auf zahlte was sie zu fordern hatte und ließ sie aller Vorstellungen ungeachtet in einem kleinen Städtchen in einem schlechten Wirtshaus zurück der Henker hole alle lederlichen Dirnen rief der Alte mit Verdus und besonders diese die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat was soll ich lange erzählen wie ich mich ihrer angenommen und was ich für sie getan was ich an sie gehängt wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe ich wollte lieber mein Geld in den Teich werfen und meine Zeit hinbringen reudige Hunde zu erziehen als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Aufmerksamkeit zu wenden was war's im Anfang erhielt ich Danksagungsbriefe Nachricht von einigen Orten ihres Aufenthalts und zuletzt kein Wort mehr nicht einmal Dank für das Geld das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte Oh die Verstellung und der Leichts in der Weiber ist so recht zusammengepaart um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen Achtes Kapitel Man denke sich Wilhelms Zustand als er von dieser Unterredung nach Hause kam Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen und das Gefühl dass sie seine Liebe nicht ganz unwürdig gewesen wieder lebhaft geworden denn in dem Interesse des Alten in dem Lobe das er wieder Willen geben musste bei unserem Freunde ihre ganze Lebenswürdigkeit wieder erschienen ja selbst die heftige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsetzen können denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen und ihr Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber dass sie als Wöchnerin als Mutter in der Welt ohne Hilfe herumirren wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinder herumirren Vorstellungen welche das schmerzlichste Gefühl in ihm erregten Mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die Treppe hinauf als sie das Licht niedergesetzt hatte bat sie ihn zu erlauben wenn das sie ihm heute Abend mit einem Kunststück aufwarten dürfen er hätte es lieber verbeten besonders da er nicht wusste was es werden sollte allein er konnte diesem guten Geschöpf nichts abschlagen nach einer kurzen Zeit trat sie wieder herein sie trug einen Teppich unter dem Arm den sie auf der Erde ausbreitete Wilhelm ließ sie gewähren sie brachte darauf vier Lichter stellte eins auf jeden Zipfel des Teppichs ein Körbchen mit Eiern das sie darauf holte machte die Absicht deutlicher künstlich abgemessen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gewissen Maßen die Eier auseinander dann rief sie einen Menschen herein der im Hause aufwartete und die Violine spielte er trat mit seinem Instrument in die Ecke sie verband sich die Augen gab das Zeichen und fing sogleich mit der Musik wie ein aufgezogenes Räderwerk ihre Bewegungen an indem sie Takt und Melodie mit dem Schlage der Kastagnetten begleitete Behände leicht rasch genau führte sie den Tanz sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eier hinein bei den Eiern nieder dass man jeden Augenblick dachte sie müsse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andere fortschleudern mit Nichten sie berührte keines obgleich sie mit allen Arten von Schritten engen und weiten ja sogar mit Sprüngen und zuletzt halb kniend sich durch die Reihen durchwand unaufhaltsam wie ein Uhrwerk lief sie ihren Weg und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne anfangenen und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiel ganz hingerissen er vergaß seiner Sorgen folgte jeder Bewegung der geliebten Kreatur und war verwundert wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vorzüglich entwickelte streng scharf trocken heftig und in sanften Stellungen mehr feierlich als angenehm zeigte sie sich er empfand was er schon für mignon gefühlt in diesem Augenblicke auf einmal er sehnte sich dieses verlassene Wesen an Kinderstatt seinem Herzen einzuverleiben es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Vaters Freude des Lebens in ihm zu erwecken Der Tanz ging zu Ende sie rollte die Eier mit den Füßen sachte zusammen auf ein Häufchen ließ keines zurück beschädigte keines und stellte sich dazu indem sie die Binde von den Augen nahm und ihr Kunststück mit einem Bückling endigte Wilhelm dankte ihr dass sie ihm den Tanz den er zu sehen gewünscht so artig und unvermutet vorgetragen habe er streichelte sie und Binde dauerte dass sie sich habe so sauer werden lassen er versprach ihr ein neues kleid worauf sie heftig antwortete deine Farbe auch das versprach er ihr ob er gleich nicht deutlich wusste was sie darunter meinte sie nahm die Eier zusammen den Teppich unter den Arm fragte ob er noch etwas zu befehlen habe und schwang sich zur Tür hinaus von dem Musikus erfuhr dass sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben ihm den Tanz welches der bekannte Fandango war so lange vorzusingen bis er ihn habe spielen können auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten das er aber nicht habe nehmen wollen neuntes Kapitel nach einer unruhigen Nacht die unser Freund teils wachend teils von schweren Träumen geängstigt zubrachte in den er Marianen bald in aller Schönheit bald in kümmerlicher Gestalt jetzt mit einem Kinder auf dem Arm bald desselben beraubt sah war der Morgen kaum angebrochen als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat sie brachte graues Tuch und blauen Taft und erklärte nach ihrer Art dass sie ein neues Westchen und Schiffer Hosen wie sie solche an den Knaben in der Stadt gesehen mit blauen Aufschlägen und Bändern haben wolle Wilhelm hatte seit dem Verlust Marianens alle munteren Farben abgelegt er hatte sich an das Grau an die Kleidung der Schatten gewöhnt und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung Mignon begierig seine Farbe zu tragen trieb den Schneider der in kurzem die Arbeit zu liefern versprach Die Tanz und Fechtstunden die unser Freund heute mit Laertes nahm wollten nicht zum Besten glücken Auch wurden sie bald durch Melinas Ankunft unterbrochen der umständlich zeigte wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sei mit welcher man schon Stücke genug aufführen könne Er erneuerte seinen Antrag dass Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle wobei dieser abermals seine Unentschlossenheit zeigte Filine und die Mädchen kamen bald herauf mit Lachen und Lärmen herein sie hatten sich abermals eine Spazierfahrt ausgedacht denn Veränderung des Ortes und der Gegenstände war eine Lust nach der sie sich immer sehnten täglich an einem anderen Ort zu essen war ihr höchster Wunsch diesmal sollte es eine Wasserfahrt werden das Schiff womit sie die Krümmungen des angenehmen Flusses hinunterfahren wollten war schon durch den Pedanten bestellt Filine trieb die Gesellschaft zauderte nicht und war bald eingeschifft was fangen wir nun an sagte Filine indem sich alle auf die Bänke niedergelassen hatten das kürzeste wäre versetzte Lairtes wir extemporierten ein Stück nehme jeder eine Rolle die seinem Charakter am angemessensten ist und wir wollen sehen wie es uns gelingt fürtrefflich sagte Wilhelm denn in einer Gesellschaft in der man sich nicht verstellt in welcher jedes nur seinem Sinne folgt kann Anmut und Zufriedenheit nicht lange wohnen und wo man sich immer verstellt dahin kommen sie gar nicht es ist also nicht übel getan wir geben uns die Verstellung nachher unter der Maske so aufrichtig als wir wollen ja sagte laertes deswegen geht sich so angenehm mit weibern um die sich niemals in ihrer natürlichen gestalt sehen lassen das macht versetzte madame melina dass sie nicht so eitel sind wie die männer welche sich einbilden sie seien schon immer liebenswürdig genug wie sie die Natur hervorgebracht hat indessen war man zwischen angenehmen büschen und hügeln zwischen gärten und weinbergen hingefahren und die jungen frauenzimmer besonders aber madame melina drückten ihre entzücken über die gegend aus latr und voice eine fr practitioners said feierlich her zu sagen allein feline unterbrach sie und schlug ein gesetz vor dass sich niemand unterfangen solle von einem unbelebten gegenstande zu sprechen sie setzte vielmehr den vorschlag zur extemporierten komödie mit eifer durch Der polterne Alte sollte einen pensionierten Offizier, Laertes, einen vazierenden Fechtmeister, der pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Tirolerin machen und überließ den Ürigen, sich ihre Rollen zu wählen. Man sollte fingieren, als ob sie eine Gesellschaft weltfremder Menschen seien, die soeben auf einem Marktschiffe zusammenkomme. Sie fing sogleich mit dem Juden ihre Rolle zu spielen an und eine allgemeine Heiterkeit verbreitete sich. Man war nicht lange gefahren, als der Schifferstille hielt, um mit Erlaubnis der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand und gewinkt hatte. »Das ist eben noch, was wir brauchen«, rief Feline, »ein blinder Passagier fehlte noch der Reisegesellschaft.« Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise dankte und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung aller auf das Artigste durchsetzte, indem er bald ermahnte, bald Histörchen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ und sich doch im Respekt zu erhalten wusste. Indessen hatte jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Feline hatte sie mit großer Sorgfalt gesammelt und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Küssen bei der künftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert. Hemden, Knöpfe und Schnallen und alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Feline zu sich genommen, denn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Weise in seine Rolle hineinkommen. Die Zeit war indes auf das Angenehmste vergangen, jedes hatte seine Einbildungskraft und seinen Witz aufs Möglichste angestrengt und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenen Scherzen ausstaffiert. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte und Wilhelm geriet mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussehen und seiner Rolle nach nennen wollen, auf dem Spaziergang bald in ein interessantes Gespräch. Ich finde diese Übung, sagte der Unbekannte, unter Schauspielern ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten sehr nützlich. Es ist die beste Art, die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hineinzuführen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt werden. Man dürfte sich, versetzte Wilhelm, ein extemporiertes Stück nicht als ein solches denken, das aus dem Steggreif sogleich komponiert würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Szeneneinteilung gegeben wären, dessen Ausführung aber dem Schauspieler überlassen bliebe. Ganz richtig, sagte der Unbekannte, und eben was diese Ausführung betrifft, würde ein solches Stück, sobald die Schauspieler nur einmal im Gang wären, außerordentlich gewinnen. Nicht die Ausführung durch Worte, denn durch diese muss freilich der überlegene Schriftsteller seiner Arbeit zieren, sondern die Ausführung durch Gebärden und Minen, Ausrufungen und was dazu gehört, kurzer, stumme, halblautes Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie denken und fühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winke, durch zarte, anmutige Bewegungen des Körpers eine Rede vorzubereiten und die Pausen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden wissen. Aber eine Übung, die einem glücklichen Naturell zu Hilfe käme und es lehrte, mit dem Schriftsteller zu wetteifern, ist nicht so im Gange, als es zum Troste derer, die das Theater besuchen, wohl zu wünschen wäre. Es sollte aber nicht, versetzte Wilhelm, ein glückliches Naturell als das erste und letzte einem Schauspieler, wie jeden anderen Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hoch aufgesteckten Ziele bringen? Das erste und letzte Anfang und Ende möchte es wohl sein und bleiben, aber in der Mitte dürfte dem Künstler manches fehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung. Denn vielleicht ist derjenige, dem man Genie zuschreibt, übler dran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt, denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche Wege gestoßen werden als dieser. Aber, versetzte Wilhelm, wird das Genie sich nicht selbst retten, die Wunden, die es sich geschlagen, selbst heilen? Mitnichten, versetzte der andere, oder wenigstens nur notdürftig, denn niemand glaube, die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können, ist er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen. Haben ihn seinem Meister das gelehrt, was er zuerst wissen musste, um das Übrige leichter zu begreifen? Hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht? Wurden seine ersten Handlungen so geleitet, dass er das Gute künftig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgendetwas abgewöhnen zu müssen? So wird dieser Mensch ein reineres, vollkommeneres und glücklicheres Leben führen, als ein anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und im Irrtum zugesetzt hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die den einfachen, aber großen Begriff, der alles andere in sich schließt, fassen und in die Ausführung übertragen können. Das mag wohl wahr sein, sagte Wilhelm, denn jeder Mensch ist beschränkt genug, den anderen zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind diejenigen daher, deren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner Weise erzieht. Das Schicksal, versetzte lächelnd der andere, ist ein vornehmer, aber teurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schicksal, für dessen Weisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenktes Organ haben, denn selten scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes beschlossen hatte. Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen, versetzte Wilhelm. Mitnichten, das meiste, was in der Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung, zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus. Sie wollen scherzen. Und ist es nicht, fuhr der andere fort, mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, ebenso? Gesetz, das Schicksal hätte einen zu einem guten Schauspieler bestimmt. Und warum sollte es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen? Unglücklicherweise führte der Zufall aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem teilzunehmen, etwas Albernes, leidlich, wohl gar interessant zu finden und so die jugendlichen Eindrücke, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen. »Wie kommen Sie aufs Puppenspiel?«, fiel ihm Wilhelm mit einiger Bestürzung ein. Es war nur ein willkürliches Beispiel, wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Gesetzt, das Schicksal hätte einen zu einem großen Maler bestimmt und dem Zufall beliebe es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen. Glauben Sie, dass ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Adel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Mit je lebhafterem Sinn er das Unreine in seiner Jugend angefasst und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen, dass er es zu überwinden suchte, mit ihm aufs Innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter, unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren Eindruck ihm zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden geblieben ist. Man kann denken, dass unter diesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entfernt hatte. Besonders war Feline gleich vom Anfang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Feline brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden mussten. Wobei der Fremde sich durch die artigsten Erfindungen und durch eine ungezwungene Teilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das Angenehmste vorbei. Zehntes Kapitel Als sie sich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um. Alleine er war verschwunden und an keinem Orte zu finden. Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint, sagte Madame Melina, eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen. Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen, sagte Laertes, wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede darüber zu befragen. Mir ging es ebenso, versetzte Wilhelm, und ich hätte ihn gewiss nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich müsste mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwo gesprochen hätte. Und doch könntet ihr euch, sagte Feline, darin wirklich irren? Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch und nicht wie Hans oder Kunz. Was soll das heißen? sagte Laertes. Sehen wir nicht auch aus wie Menschen? Ich weiß, was ich sage, versetzte Feline, und wenn ihr mich nicht begreift, so lasst's gut sein. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen. Zwei Kutschen fuhr und fuhr. Man lobte die Sorgfalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Feline nahm neben Madame Melina Wilhelmen gegenüber Platz, und die übrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pferde, das auch mit herausgekommen war nach der Stadt zurück. Feline saß kaum in dem Wagen, als sie hartige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wusste, von denen sie behauptete, dass sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune gesetzt, und er komponierte aus dem Reichtum seines lebendigen Bildervorrats sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Akten, Szenen, Charakteren und Verwicklungen. Man fand für gut, einige Arien und Gesänge einzuflechten, man dichtete sie, und Feline, die in alles einging, passte ihnen gleich bekannte Melodien an und sang sie aus dem Stehgreif. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag. Sie wusste mit allerlei Neckereien unseren Freund zu beleben, es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war. Seitdem ihn jene grausame Entdeckung von der Seite Marianens gerissen hatte, war er dem Gelübde treu geblieben, sich vor der zusammenschlagenen Falle einer weiblichen Umarmung zu hüten, das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Neigung, seine süßen Wünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dies Gelübde beobachtete, gab seinem ganzen Wesen eine geheime Nahrung, und da sein Herz nicht ohne Teilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mitteilung nun zum Bedürfnis. Er ging wieder, wie von dem ersten Jugendnebel begleitet, umher, seine Augen fassten jeden reizenden Gegenstand mit Freuden auf, und nie war sein Urteil über eine liebenswürdige Gestalt schonender gewesen. Wie gefährlich ihm in einer solchen Lage das verwegene Mädchen werden musste, lässt sich leider nur zu gut einsehen. Zu Hause fanden sie auf Wilhelms Zimmer schon alles zum Empfange bereit, die Stühle zu einer Vorlesung zurechtgestellt und den Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der Punschnapf seinen Platz nehmen sollte. Die deutschen Ritterstücke waren damals eben neu und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Publikums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht und die Vorlesung war beschlossen worden. Man setzte sich nieder, Wilhelm bemächtigte sich des Exemplars und fing zu lesen an. Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigkeit der handelnden Personen wurden mit großem Beifall aufgenommen. Der Vorleser tat sein Möglichstes und die Gesellschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Akt kam der Punsch in einem großen Napfe und da in dem Stück selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als dass die Gesellschaft bei jedem solchen Falle sich lebhaft an den Platz der Helden versetzte, gleichfalls anklingte und die Günstlinge unter den handelnden Personen hochleben ließ. Jedermann war von dem Feuer des edelsten Nationalgeistes entzündet, wie sehr gefiel es dieser deutschen Gesellschaft, sich ihrem Charakter gemäß auf eigenem Grund und Boden poetisch zu ergötzen. Besonders taten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über alles aber die nächtlichen Zigeunerszenen und das heimliche Gericht eine ganz unglaubliche Wirkung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bald in Helm und Harnisch jede Schauspielerin, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publikum produzieren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stück oder aus der deutschen Geschichte zueignen und Madame Melina beteuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hoffnung hatte, nicht anders als Adalbert oder Mechthilde taufen zu lassen. Gegen den fünften Akt war dabei verlärmender und lauter, ja zuletzt, als der Held wirklich seinem Unterdrücker entging und der Tyrann gestraft wurde, war das Entzücken so groß, dass man schwur, man habe nie so glückliche Stunden gehabt. Melina, den der Trunk begeistert hatte, war der lauteste und da der zweite Punschnapf geleert war und Mitternacht herannahte, schwuler erbt es hoch und teuer, es sei kein Mensch würdig, an diese Gläser jemals wieder eine Lippe zu setzen und warf mit dieser Beteuerung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gasse hinaus. Die übrigen folgten seinem Beispiel und ungeachtete Protestationen des herbeieinen Wirtes wurde der Punschnapf selbst, der nach einem solchen Fest durch unheiliges Getränk nicht wieder entweiht werden sollte, in tausend Stücke zu schlagen. Filine, der man ihren Rausch am wenigsten ansah, in der die beiden Mädchen nicht in den anständigsten Stellungen auf dem Cannapé lagen, reizte die anderen mit Schadenfreude zum Lärm. Madame Melina rezitierte einige erhabene Gedichte und ihr Mann, der im Rausch nicht sehr liebenswürdig war, fing an, auf die schlechte Bereitung des Punsches zu schelten, versicherte, dass er ein Fest ganz anders einzurichten verstehe und war zuletzt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so dass dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napfs an den Kopf warf und dadurch den Lärm nicht wenig vermehrte. Indessen war die Scharwache herbeigekommen und verlangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu tun, um mit Beihilfe des Wirts die Leute durch Geld und gute Worte zu befriedigen und die Glieder der Gesellschaft in ihren misslichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurückkam, vom Schlafe überwältigt, voller Unmut, unausgekleidet aufs Bette und nichts glich der unangenehmen Empfindung, als er des anderen Morgens die Augen aufschlug und mit düsterem Blick auf die Verwüstungen des vergangenen Tages den Unrat und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhaftes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte. Elftes Kapitel Nach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Wirt herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruss, dass sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten dergestalt angegriffen worden, dass es wahrscheinlich, wie man zu sagen pflegt, verschlagen habe und dass der Schmied wenig Hoffnung zu seinem Aufkommen gebe. Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heiteren Zustand und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Budermesser noch schuldig war, zu kaufen und wir müssen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionierten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch und einige andere Kleinigkeiten, die er sie, den ersten Tag hatte, verschwenderisch wegwerfen sehen. Madame Melina, die ihn eben, als er seine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung für dieses Mädchen zur Rede zu setzen und er war umso erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und teuer, dass es ihm keineswegs eingefallen sei, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden. Er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Betragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise, vielmehr war diese immer verdrießlicher, da sie bemerken musste, dass die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Neigung unseres Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diesen Besitz gegen die Angriffe einer lebhaften, jüngern und von der Natur glücklicher begabten Person zu verteidigen. Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische kamen, bei sehr üblem Humor und er fing schon an, ihn über Kleinigkeiten auszulassen, als der Wirt hereintrat und einen Harfenspieler anmeldete. Sie werden, sagte er, gewiss Vergnügen an der Musik und an den Gesängen dieses Mannes finden. Es kann sich niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas Weniges mitzuteilen. Lassen Sie ihn weg, versetzte Melina, ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten. Er begleitete diese Worte mit einem tückischen Seitenblick, den er auf Felinen warf. Sie verstand ihn und war gleich bereit zu seinem Verdruss, den angemeldeten Sänger zu beschützen. Sie wendete sich zu Wilhelmen und sagte, sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts tun, um uns aus der erbärmlichen Langeweile zu retten? Melina wollte ihr antworten und der Streit wäre lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm den im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte. Die Gestalt dieses seltsamen Gastes setzte die ganze Gesellschaft in Erstaunen und er hatte schon von seinem Stuhle Besitz genommen, ehe jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen, das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umgrenzt, große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloss sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Hals bis zu den Füßen und so fing er auf der Harfe, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren an. Die angenehmen Töne, die er aus dem Instrument hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft. »Ihr pflegt auch zu singen, guter Alter«, sagte Philine. »Gebt uns etwas, das Herz und Geist zugleich mit den Sinnen ergötze«, sagte Wilhelm. »Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten, denn Melodien, Gänge und Läufe ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlinge oder schönen bunten Vögeln ähnlich zu sein, die in der Luft vor unseren Augen herumschweben, die wir allenfalls haschen und uns zueignen können, da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt.« Der Alte sah Wilhelmen an, als dann in die Höhe tat einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, dass es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlass er gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu fallen, nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück. Denn die Übrigen machten schon halblaut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Pfaffe oder ein Jude sei. Als man nach dem Verfasser des Liedes fragte, gab er keine bestimmte Antwort, nur versicherte er, dass er reich an Gesängen sei und wünsche nur, dass sie gefallen möchten. Der größte Teil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Melina nach seiner Art offen geworden und indem man untereinander schwatzte und scherzte, fing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das Geistreichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gefälligkeit mit einschmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rau und verwirren, als er gehässige Verschlossenheit, kurzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er auf den Fittichen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedensstifter pries und das Glück der Seelen, die sich wiederfinden, sang. Kaum hat er geendigt, als ihm Wilhelm zurief, wer du auch seist, der du als ein hilfreicher Schutzgeist mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommst, nimm meine Verehrung und meinen Dank, fühle, dass wir alle dich bewundern und vertrau uns, wenn du etwas bedarfst. Der Alte schwieg, ließ erst seine Finger über die Seiten schleichen, dann griff er sie stärker an und sang »Was höre ich draußen vor dem Tor, was auf der Brücke schallen, lass den Gesang zu unserem Ohr im Saale wiederhallen«. Der König sprach's, der Page lief, der Knabe kam, der König rief, bring ihn herein, den Alten. »Gegrüßet seid ihr, hohen Herren, gegrüßt ihr schöne Damen, welch reicher Himmel, Stern bei Stern, wer kenne ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit schließt Augen euch, hier ist nicht Zeit, sie staunen zu ergötzen.« Der Sänger drückte die Augen ein und schlug die vollen Töne. Der Ritter schaute mutig drein und in den Schoß die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, ließ ihm zum Lohne für sein Spiel eine goldene Kette holen. »Die goldene Kette gib mir nicht, die Kette gib den Rittern, vor deren kühnem Angesicht der Feinde Lanzen splittern. Gib sie dem Kanzler, den du hast, und lass ihn noch die goldene Last zu anderen Lasten tragen.« Ich singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet, das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitt ich eins, lass einen Trunk des besten Weins in reinem Glase bringen. Er setzt es an, er trank es aus, o trankte süßen Labe, o dreimal hoch beglücktes Haus, wo das ist kleine Gabe. Er geht's euch wohl, so denkt an mich, und danket Gott so warm, als ich für diesen Trunk euch danke. Da der Sänger nachgehändigtem Lied ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt dastand, ergriff und es mit freundlicher Miene sich gegen seine Wohltäter wendend austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereicht. Er sang noch einige Romanzen und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft. Kannst du die Melodie, alter, rief Feline, der Schäfer putzte sich zum Tanz? Oh ja, versetzte er, wenn sie das Lied singen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen. Feline stand auf und hielt sich fertig, der Alte begann die Melodie und sie sang ein Lied, das wir unseren Lesern nicht mitteilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt oder wohl gar unanständig finden könnten. Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden, noch manche Flasche Wein ausgetrunken und fing an, sehr laut zu werden. Da aber unserem Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, steckte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Belohnung in die Hand, die anderen taten auch etwas. Man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit. Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen, ich kann zwar in ihrem Leibgesange weder ein dichterisches oder sittliches Verdienst finden, doch wenn sie mit eben der Naivität, Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals ausführen, so wird ihnen allgemeiner lebhafter Beifall gewiss zuteil werden. Ja, sagte Philine, es müsste eine recht angenehme Empfindung sein, sich am Eise zu wärmen. Überhaupt, sagte Wilhelm, wie sehr beschämt dieser Mann manchen Schauspieler. Haben sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner Romanzen war. Gewiss, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang als in unseren steifen Personen auf der Bühne. Man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben. Sie sind ungerecht, versetzte Laertes. Ich gebe mich weder für einen großen Schauspieler noch Sänger, aber das weiß ich, dass wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben gibt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt, wenn Deklamation und Ausdruck schon von dem Kompositeur auf mich übertragen werden, so bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosagischen Drama das alles erst erschaffen und Takt und Deklamation mir erst erfinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann. So viel weiß ich, sagte Melina, dass uns dieser Mann in einem Punkte gewiss beschämt und zwar in einem Hauptpunkt. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Verlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsere Mahlzeit mit ihm zu teilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Verfassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschwenden, womit man sich und anderen eine Existenz verschaffen könnte. Das Gespräch bekam durch diese Bemerkung nicht die angenehmste Wendung. Willem, auf den der Vorwurf eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft und Melina, der sich eben nicht der größten Feinheit befliß, brachte zuletzt seine Beschwerden mit ziemlich trockenen Worten vor. Es sind nun schon 14 Tage, sagt er, dass wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben und beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Hoffnung, dass sie mir so viel kreditieren würden und bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluss genähert hätten. Griffen sie damals zu, so wären wir jetzt im Gange. Ihre Absicht zu verreisen haben sie auch Ministens gibt es Personen, die immer Gelegenheit zu verschaffen wissen, dass es geschwinder weg gehe. Dieser nicht ganz ungerechte Vorwurf traf unseren Freund. Er versetzte einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit und ergriff, da die Gesellschaft aufstund und sich zerstreute die Tür, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, dass er sich nicht lange mehr bei so unfreundlichen und und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu setzen, die vor dem Tor seines Gasthofs stand, und bemerkte nicht, dass er halb aus Lust, halb aus Verdruss mehr als gewöhnlich getrunken hatte.